Hallo, 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 was geht, was geht? Ja, und mir geht's hervorragend. Wie geht's Ihnen, Herr Designator? Jetzt mega geil, Alex. Mein Tag war heute echt mies. Also nicht mies, aber kacki. Und ich freue mich jetzt richtig darauf. Das holt mich hier voll ab. Das freut mich, dass du dich auf mich freust und ich finde es schade, dass du einen miesen Tag hattest. Frau Schmalz. Zu viel erotig, Junge. So was von. Was war denn so scheiße? Wir müssen da nicht drüber reden, Thema. Achso, nein. Ich bin zwei Rennen gefahren. Die Rennen waren Jauche. Nach der ersten Runde war eigentlich so Mist. Und dann war es halt so Zeitverschwendung. Und deswegen war alles so meh. Dann wollte ich noch ein bisschen trainieren fürs Wochenende und dann hat es angefangen zu regnen. Und ich fahre seit sieben Wochen ungefähr circa nur Regenrennen. Und es ist draußen immer schon dunkel und dann noch im Regen fahren. Und weißt du, es ist so meh. Schwinge Kackscheiße, die keiner braucht, meinst du? Ja, richtig. Und dann ist jetzt gerade so die Übergangszeit von meinem Auto, wo du das halt weg musst. Und dann musst du über eine Werkstatt noch rennen. Und da habe ich vorhin schon im Chat gesagt, so diese Kleinigkeiten, weißt du, wo du immer so eigentlich nur fünf Minuten telefonieren brauchst, aber die dir richtig auf die Eier gehen. So einen Scheiß habe ich gerade. Und dann flattern immer noch irgendwelche Briefe rein. Ich habe heute from the German Finance am Post gekriegt. Hey, Dissingen, can you send over from Documents for Us? Und wir müssen noch das und dies und jenes machen. Und ich denke mir so, Mann, ja, mache ich. Aber gib mir doch einfach nicht auf den Sack erst mal. I see. Also richtig Spaß schon gehabt, ja? Ja, irgendwie ist Käsi heute. Morgen muss ich den Stream ausfallen lassen, weil ich muss den ganzen Scheiß da jetzt erst mal fertig machen. Was ist denn das für eine heiße Uhr da? Nee, warte, Moment. Wir spielen zurück. Wie geht's dir? Mir geht's super, danke der Nachfrage. Meine Uhr. Du siehst echt gut aus. Ich bin auch heute Nacht mal wieder, irgendwie schaffe ich das immer zu heute, also zum Mittwochs, nicht so viel zu schlafen oder irgendwie scheiße zu schlafen. Oder jemand muss um vier Uhr aufstehen zu schlafen und ich kann da nicht mehr einpennen. Das habe ich heute auch wieder geschafft. Deshalb steuere ich mal mit einem zuckerhaltigen Getränk da gerade gegen, bevor ich mich jetzt hier weiter mit unserem zukünftigen, vielleicht Sponsor, Geroldsteiner. Geroldsteiner, please call. We love Geroldsteiner. Yes, we can do it, Geroldsteiner. Together, we are one. Sagt man ja, oder? Nee, warte. Hier. Äh, hier? Ja, ach so, warte. Der andere Seite. Ja. Komm dich da. Komm ran jetzt. Du musst an den Rand, du Arsch. Ja, aber ich habe das anders zugeschnitten als du. Ja, du musst noch weiter. Mann. Ey, Mann. Nee, jetzt ist, nö. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Sehr gut. Mein Hardcast, mein Hardcast-Herz ist gebrochen. Ja, ich habe dich komplett anders zugeschnitten, weil dein Kammerbild, da sitzt du nämlich so klein an so einem Tisch. So, und bei mir bist du ungefähr so groß von der Auflösung her, wie ich jetzt hier bin. Habe ich auch echt schon mal überlegt, ob ich das mache, aber ich mag so dieses Volumen mit dem Raum so ein bisschen, weißt du? Verstehe ich. Verstehe ich. Verstehe ich. Dafür habe ich halt in der anderen Szene, also in der Standard-Stream-Szene, so mehrere Zuschnitte, so diesen Zoom. Wenn man was Wichtiges sagen will, dann geht man mal eben kurz in den Zoom-Mode. Du kennst das, ja, klar, natürlich, klar. Nee, mir geht es gut. Mir geht es echt gut. Ich habe hier noch einen Pudding-Teil von unserem Bäcker. Und da steht natürlich wieder drauf, das ist Lieblingsmensch. Oh, ja, ja. Und sowas hole ich mir wirklich sehr selten, weil ich neige dazu, das dann wie so eine Echse zu essen, wie so ein Salamander, so hackt, und dann ist es weg. Kenn ich? Ja. Und das wartet jetzt bis nach dem Hardcast, das ist mein Abendessen, und dann esse ich nix mehr. Ah, ja. Ja. Okay, okay, okay. So. Das ist eine, ich probiere die gerade aus, Watch von Xiaomi. Hast du in der Box gehabt, oder was? Ja, die war in der Box, genau. Cool. Und you pay what you get for, ne? Also ich will das weder schlecht noch gut reden. Die ist super, super leicht. Und das vermittelt mir so ein bisschen den Eindruck, so, ja, ich steh mehr so auf solche Chronographen aus Metall, weißt du? So, so ein Chronograph halt. Ja. Das ist so mein Ding, da schlägt mein Herz für. Was ich hier gut finde, ist, soll jetzt keine, also klar, wir machen natürlich immer mehr. Hau rein. Ja, ne? Was ich hier gut finde, ist, die ist halt schön leicht, was ich hier so ein bisschen, also, das ist halt eine 100 Euro Smartwatch. Punkt. Punkt. Ich finde sie gut, aber bisher habe ich noch zu wenig Erfahrung damit. Also meine alte Smartwatch war halt super langsam und der Akku war super schnell leer. Und der Akku hier, ich trage die jetzt, glaube ich, seit dem dritten Tag und wir sind immer noch bei, ich weiß gar nicht, wo die Akku-Informationen hier stehen. Ähm, ja, in dem, in dem, in dem, äh, 70 Prozent. Ich habe es gefunden. Ja, aber dann ist, also, dann macht ihr ja nicht wirklich viel, oder? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Also meine muss ich jeden Tag laden. Ich habe heute, seit heute Morgen nur noch 58 Prozent. Okay. Ja. Also ich kann meine nachher voll machen. Gleich wieder. So sieht es aus. Aber ich möchte jetzt auch nicht wieder sagen, dass es Apple ist, sonst kommen die Leute wieder... Ja, ja, das ist halt... Fanboy! Fanboy! Naja, es ist wie es ist. Ist schon so ein Apple-Fanboy, ne? Ähm, darf ich sie eigentlich von meinem, von meiner neuesten Anschaffung erzählen? Ja, bitte. Ich bin, äh, nur deshalb hier. Also, äh, Alex, ich habe, ähm, ich habe mich dieses Jahr entschlossen, aufgrund, äh, einiger Ereignisse Weihnachten auch, äh, liebevoll zu verbringen. Nicht als Konsumfest, sondern als Fest der Liebe. Und ich habe mir gedacht, Mensch, Nils, die letzten Jahre war ja weihnachtlich bei dir eigentlich nie so wirklich viel los. Habe ich mir überlegt, hm, vielleicht mal so einen Tannenbaum. Weil meine Vermieter zum Beispiel haben schon alle Bäume draußen vollgerammelt. Und wir haben im Flur einen Tannenbaum und alles ist weihnachtlich. Nur diese Wohnung nicht. Und dann hatte ich so eine Idee. Und, aber auch wieder so eine funky Idee. Und dann habe ich mir überlegt, hm, wir kaufen uns mal einen Tannenbaum. Ich habe mir einen Plastiktannenbaum gekauft. Also, erst mal so ein recyceltes Ding, weil, ne, ist cool, finde ich gut. Save the Planet, ja klar, Upcycling. Ja, genau, Upcycling. Und, ähm, du kennst ja meine Einstellung zu smart. Er soll auch smart sein. Hm, okay. Und, äh, gestern haben wir mal so ein bisschen durchs Internet gepflügt und gewühlt. Und ich war, also einige haben vorgeschlagen, man soll sich da so LED-Stripes reinzimmern. Und dann dachte ich mir so, nö, das sieht ja nicht so geil aus. Und dann haben wir gestern geforstet und geforstet und geforstet und geforstet, bis wir eine wunderschöne Lichterkette gefunden haben. Die man mit Home Assistant benutzen kann. Und dann via Home Assistant an meinen Streaming-PC anschließen kann. Dass mein Chat quasi meinen Tannenbaum steuern kann. Jetzt kommt aber der Clou an der ganzen Sache. Das Ding hat einfach mal 400 LEDs. Kannst dir also vorstellen, man könnte ein Flugzeug landen demnächst. Ich hab mir also jetzt einen 1,80-Tannenbaum gekauft, der da hinten in die Ecke kommt. Und der wird einfach mal mit 400 LEDs vollgeballertet und mein Chat kann damit rumspielen. Finde ich cool. Weißt du was? Gibt es eine Art Begrenzung, dass du nicht erblindest, wenn die das wollen? Du, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht genau, wie das reinballert. Aber was ich mega geil finde an den Dingern. Du kannst wirklich jede einzelne LED programmieren. Das heißt, du kannst sozusagen so eine Schlange basteln, dass das wie so eine Schlange rumgeht oder einfach so alles Mögliche machen. Das wird, äh, das wird geil. Aber ich hab mich echt gewundert, dass die teuer, also die war wirklich teuer. Die hat 180 Euro kostet die Lichterkette. Lichterkette, ja gut. Ja, smart, einzeln, ansteuerbar, dressierbar, dies, das, ne? 400, wie, wie, wie viele Meter sind das? Nee, stimmt gar nicht, 600. 600 LEDs sind da drin, nicht 400. Ich musste eine Nummer größer, weil der Tannenbaum größer ist. Du bist gerade im Matrix-Modus bei dir, bei mir. Soll ich mal deine Quelle neu starten? Ja, ich kann auch zur Not nochmal neu starten, wenn du möchtest. Nö, warte, warte, ich probiere das einmal eben kurz aus. Ja. Achso, nee, kann ich ja gar nicht. Du musst das ja machen. Ja, mach, ich warte, eine Sekunde. Danke. Ah, kein Ding. Das war jetzt gerade eins vor Agent Smith, würde ich sagen. Ja, vielleicht habe ich heute schlechtes Internet oder so. Hm. Also, äh, ja, da ist er wieder. Hallo. Hi. Was geht? Sorry. Ähm, weißt du, weißt du, wie viel das in den Beta ist? Äh, äh, müsste ich mal kurz. Ja, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Nee, finde ich gleich raus, warte. Äh, 38 Meter Kabel. Oh, ja gut, das, äh, da kannst du aber ein Bäumchen mit bestücken, ne? Also, ich habe das mal, wir haben, es gibt da so einen Rechner für, also die sind, äh, die sind da so sehr, äh, perfide, die Leute, nicht, perfide, ja. Also, die sind da sehr akkurat. Und man konnte die Größe des Baumes, äh, eingeben und so und der hat das dann berechnet. Und 38 Meter soll wohl passig genau dafür sein. Okay. Okay. Also, ich habe das Ganze ohne Smart. Also, ich habe noch keinen Baum, aber, äh, also, es, hier kommt, hier kommt so eine richtige, so eine deutsche Nordmantanne kommt hier hin, so, so ein Ding. Äh, Ständer wurde gekauft, Lichterkette wurde gekauft, äh, Anfang, also Ende dieser Woche wird wahrscheinlich der Baum gekauft und dann wird hier kurz, äh, zusammengetüttelt und dann läuft der, läuft der Bums dann, vielleicht morgen, wer weiß. Ähm, dann kommt das auch hier so in den Hintergrund. Dann habe ich auch einen Grund, hier einmal ein bisschen aufzuräumen, ne? Du kennst das. Ja. Und dann, äh, ja, vielleicht haben wir beide nächste Woche einen, äh, Baum im Hintergrund, oder? Ja. Bin gespannt. Auch. Das Gute ist, ich habe schon an meinem objektiven ND-Filter dran, also ich kann zur Not auch nochmal ... Natürlich hast du das. Ja, das ist, äh, ein weiser Voraussicht, es könnte ja hell werden. Also, also ich sag mal so, ich habe jetzt nur eine normale Lichterkette, die man mit so einer typischen Infrarot-Fernbedienung steuern kann. Natürlich könnte man jetzt quasi einen Pi oder sowas anlernen mit so einem Infrarot-Sender, ja, oder Sensor. Man könnte das natürlich, diese Informationen senden lassen, das ginge schon über Umwege, ja, aber, also mir ist schon bewusst, wie man das dann trotzdem noch steuern könnte, aber das ist nicht geplant, ehrlich gesagt. Also, das, da würde ich wahrscheinlich bis Januar brauchen, bis das dann läuft, ja, so bei meinem, noch nicht mit da beschäftigt mit Dingen. Ja, schauen wir mal. Aber supergeile Idee, also wirklich, super, 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 supergeiles, supergeiles Ding. Dann muss der Chat aber nächste Woche hier mal so eine Präsentation machen, ne? Ja, Chat muss jetzt, also, ich bin ganz ehrlich, das muss man auch bezahlen dann. Das ist mein Weihnachts-Sell-Out quasi. Der Baum. Okay. Da gibt's nichts. Das heißt, jedes Mal, also die Gäste werden dann angehalten, so bestimmte Kommandos zu triggern, dass der Chat animiert wird, ne? Also, also beispielsweise, du drückst auf deinem Stream-Deck oder wie auch immer so einen Knopf und dann wird das alles runtergedimmt oder es passiert automatisch nach einer Zeit, dass es wieder verblasst und dann muss der Chat quasi, oh, das hast du gar nicht berücksichtigt, oder? Doch. Cool. Und wenn der Chat dann quasi so einen Fünfer reinschmeißt, dann macht das so wie so ein Spielomat so, so ein Spielothekenautomat so. Ja, das kann man damit auch machen, ja. Das war ja auch die Idee. Das ist der super, mega Passiv-Sell-Out. Ich weiß noch nicht genau, ob das so funktioniert. Also, ich hoffe, dass das funktioniert. Könnten Sie mir bitte den Link für dieses Produkt einfach zuschicken? Selbstverständlich. Es ist aber wirklich teuer. Also, ohne Scheiß, für eine Lichterkette ist das echt ganz schön viel Knete. 180 Tacken für eine Lichterkette ist schon... Sportlich, ja. Ja, ist schon sehr sportlich, ganz klar. Dankeschön. Aber die ballert, glaube ich, aber auch. Muss ja ballern. Weil mein Chat sagt wie so ein Werbebanner, das im Hintergrund durchfährt. Weil, ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ob man mal so ein, wie so eine Art, ja, so ein Stahlseil oder so ein Seil hier so durchspannt, ja. Und das pro Kommando kann dann irgendwie so was wie so ein Fake-Flugzeug dann da so da immer hergezogen werden mit so einem Fake-Banner oder so. Finde ich auch geil, ja. Ja, man kann witzige Dinge machen. Ich bin nicht mal gucken. Ich hoffe, das klappt nur alles irgendwie so ein bisschen. Ich drücke die Daumen. Ich drücke die Daumen. Ich gucke mir das bei dir an. Und wenn nicht, sieht er einfach nur gut aus und macht Party. Ja. Ah, ich bin gespannt. Ja, ich habe da dieses Jahr auch mal Bock drauf. Also auf den Weihnachtsbaum-Teil irgendwie. Sonst bin ich da auch sehr grumpy Affe. Aber so dieses Jahr wird es mal wieder Zeit. So alle paar Jahre muss das mal sein. Ey, weißt du, ja, das Ding ist halt, weißt du, ich habe Angst davor, dass ich das so geil finde, dass ich das ganze Jahr über eine Weihnachtsbaum-Teil habe. Da habe ich ein bisschen Angst, Alex. Aber diese Weise, du hast dann ja einen Plastikbaum, der nicht irgendwann nackt dasteht, ne? Ja, ich weiß. Deswegen, ja. Das ist ja das Problem. Ja, diese Plastikbäume habe ich mir vor ein paar Jahren mal angeschaut, vor Ewigkeiten. Und ich war schon überrascht, wie teuer die sein können. Licht echt groß, dass die nicht aussehen wie so ein zerpflückter Hahn, ja, so. Da legst du schon mal ein Scheinchen für hin, ne? Na, meiner Meinung nach habe ich 130 Euro gekostet. Das geht auf jeden Fall, ja. Da ist sogar Schneeeffekt dran. Oh. Richtig schön. Ja. Man hat sich dieses Jahr mal so richtig, dieses Jahr gehen wir da volle Esse rein. Der Rest der Wohnung kriegt nichts, aber das Büro. Echt? Ich habe auch irgendwie so Bock auf, wie nennt man die hier, Räuchermännchen und sowas. Was ist denn Räuchermännchen? Na, wo du solche Kerzen reinstellst, die dann so räuchern sozusagen. Wo dann hier aus dem Mund so Rauch kommt. Ja. Also ich kenne auch diese, aus diesem Goa-Bereich, diesem Esoterik-Bereich kenne ich diese Räucherstäbchenhalter. Ja, sowas eher so. Nur halt in Kugel wahrscheinlich, ne? Ja, naja, das sieht halt, du kennst echt Räuchermännchen nicht? Oder heißt das bei dir einfach anders? Wahrscheinlich heißt das einfach anders, würde ich sagen. Ja, wir in Österreich stand, wir haben nicht so gehobene Worte für Dinge. Das heißt einfach, komm, brauche ich... Das hat doch nichts, das hat doch nichts mit deiner Location zu tun. Ja, na klar. Ich hab nämlich letztens, äh, ich hab letztens nämlich gerade rausgefunden, wie in Bayern, äh, der Zahnarzt umgangssprachlich heißt. Also, da wurden wir... Ja, erzähl. Nee, das möchte ich hier nicht wiederholen. Fotzenspengler heißt das. Ja, genau. Ja, das ist, äh, war ein bisschen weird. Seitdem bin ich so, oh. Boah, was? Also... So ähnlich, so ähnlich nennt man im Ruhrgebiet kleine Hunde. Wah? Ja, so ähnlich. Also, das erste Wort, aber mit lecker dahinter. Kleine Hunde halt. Frag mich nicht. Ich hab auch komisch geguckt, als das jemand gerufen hat. Fotzenlecker? Ja. Drehtupen, ja, Drehtupen kennt man ja. Das ist ja, ich bitte dich, das ist ja kein Aufreger. Das ist ja keine Polarisationen vorhanden, ne? Hä? W-w-w-w? Okay, das ist... Ja? Das Ruhrgebiet ist ein stranger Ort, sag ich dir. Das klingt aber wirklich sehr weird. Naja, gut, okay. Lassen wir. Was war denn jetzt in deiner Xiaomi-Box eigentlich drinne? Alles. Die Uhr? Ähm. Das 120-Watt-gechargte Handy mit dem, und das ist kein Witz, ich bin eine Runde in Tarkov EFT Factory reingegangen, hab während die Runde schon geladen wurde, den 120-Watt-Charger dran gemacht und hatte 19% Akku-Rest noch mit drin. Bin kurz rein, also es ging wirklich schnell, wir haben, das war jetzt keine 10 Minuten Wartezeit oder sowas, ne? Also kurze Wartezeit, kurze Ladezeit, kurz rein, Scaf getötet, Spieler getötet, kurz umgeguckt, dies, das, wieder raus, zack. Ich sage so, Chad, sag mir, wie, wie, was glaubt ihr, wie groß, wie voll der Akku ist der, 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 der Chat so, ja, wenn's schnell geht, dann hat der bestimmt jetzt so 40, 45%, nicht so nix da. Der hat, ich glaube, es waren 68 oder so, also innerhalb von wirklich wenigen Minuten. Oder auch, ich hab das Teil, es war bei, war dann bei 40% irgendwann später, ich pack das kurz an den Akku dran, geh kurz auf Toilette, Hose angezogen, Jacke angezogen, war es auf 100%, also das ist unfucking fassbar schnell voll. Und ja, ich mach mir auch Gedanken um den Akku, aber es ist mir auch irgendwo egal, ne? Also von daher, Hersteller sagt, das ist kein Problem. Ähm, so die anderen Sachen probier ich gerade noch so ein bisschen mit rum, das ist die die Watch, ein Smart Speaker, ähm, äh, ja, so ein bisschen Krimskrams, also so Sachen zum, zum Rum experimentieren, zum Ausprobieren jetzt so, ne? Ich war ein bisschen neidisch. Ja, glaub ich. Ich war ein bisschen neidisch, ich würde auch gerne so eine Boxen kriegen zum Ausprobieren. Ja, ich kann dich da ja nochmal, nochmal callen, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wieso das mit dieser, mit dieser Fritteuse da nicht, nicht funktioniert hat. Die hätte ich auch gerne echt ausprobiert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich hab heute erst wieder Pizza in dem Teil warm gemacht. Das ist, als wenn du die Pizza nie kalt geworden wär, ne? Ja. Aber dann, äh, das ist doch cool. Also die, die, äh, kannst du das Telefon noch auflegen, oder ist nur hier unten? Das Telefon, du meinst, äh, wireless charger, QE, 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 das hat's zum Beispiel nicht. Das ist etwas, was ich echt scheiße finde, dass es das nicht hat. Ähm, aber auf der anderen Seite, schneller Prozessor, flaches Teil, ein bisschen kleiner als vorher, ist mir trotzdem immer noch ein bisschen zu groß, so die üblichen Sachen. Ich bin jetzt kein Handy-Dude, aber, äh, kann alles, macht alles, hat aber auch seinen Preis, ne? 600 Tacken. Ja. Und ich hab jetzt noch die, ja, du bist sowieso Apple-Mensch, von daher ist das für dich jetzt nicht so spannend, aber... Oh, hä, oh, hä, hä. Ja, ist schon so. Es sind auch Android-Geräte in diesem Haushalt. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich sag mal so, ähm, Apple kann definitiv besser Fotos machen, Videos machen, Lowlight ist damit besser. Ähm, es ist ein starkes Android-Gerät, was aber mit der MIUI natürlich stark, ähm, keine Android, ähm, Vanillemäßige Software hatte, ne? Also es ist natürlich schon stark verändert, aber im Großen und Ganzen, ähm, da kommt man super schnell rein. Da gibt's keine... Du kannst viele Sachen auch genauso wie bei Android darstellen, ne? Also das MIUI kann man auch relativ, ich sag mal, dezent im Hintergrund lassen. Ja. Es kommen recht große, viele Updates ein paar Jahre lang, also da mach ich mir auch keine Gedanken. Alles gut soweit. Ja. So. Ach so, genau. Und diese Buds auch. Ich hab noch nie solche Buds gehabt. Warte. Die benutzt du ja quasi von Apple hier, die Kollegen hier, ne? Ja, ja, ja. Die kleinen. Das ist ja mal abgefahren praktisch. Ich hab sowas noch nie gehabt und ich bin davon ausgegangen, die halten bei mir gar nicht. Die fallen halt aus dem Ohr raus, ne? Die halten gut. Die könnten besser halten. Klar, keine Frage. Sport würde ich damit jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Muss ich vielleicht nochmal ausprobieren. Also Sport allgemein und... Okay. Aber so, wo man einfach keinen Bock hat, sich so einen fetten Kopfhörer aufzusetzen und mal eben eine direkte... Also ich bin sehr positiv überrascht, ne? Sehr positiv. Von den Teilen. Und witzigerweise, dieses Dock hier hat quasi Wireless Charging. Ja. Das legst du auf deine Ladestation und das lädt halt auf, ne? Finde ich halt auch krass. So, je weniger Kabel, desto besser. Gefühlt. Also hast du denn, wenn du die rausnimmst, sind die gleich connected oder musst du die noch extra connect? Ja. Nein, nein. Nein, nein. Gerade auch, weil das MIUI die sozusagen sofort erkennt. Also wenn du die einmal gekoppelt hast, drückst du einmal kurz auf den Knopf hier zum Koppel, ne? Auf dem Case, dann kommt sofort hier, willst du. Jedes Mal, wenn du die rausnimmst, geht nochmal so ein Fenster auf und sagt dir, hey, du hast die Buds gerade aktiviert, ne? Die haben so und so viel Ladestand. Ja. Also ich würde sagen, das wird sich vielleicht auch bei anderen Herstellern, die sowas mit einem Stück Obst zu tun haben, abgeschaut. Ja. Also grob, würde ich sagen. Du bist ja auch nicht wild. Naja. Absolut nicht. Nee, aber bisher finde ich es ganz gut. Ich meine, klar, ich weiß nicht, wie lange die halten, wie groß die von der Wertigkeit sind. Und ich gehe auch eher davon aus, ich verliere eher einen von den Knöpfen, als dass die das überleben, ja? Echt? Ja, ich glaube, ich bin... Also wenn ich draußen unterwegs bin oder sowas, dann bin ich, glaube ich in so... Weiß ich nicht. Ich glaube schon, ich neige eher dazu, dass ich mal einen verliere. Ja. Also ich habe meine seit ein paar Monaten noch nicht verloren. Ich habe meinen Case aber auch im Moment. Ja. Feiere ich so eine Dinger. Mein Chat sagt gerade, die Galaxy Buds Pro halten super beim Sport. Ja. Thema Kopfhörer. Ich mache jetzt mal einen kurzen anderen Sprung. Wir haben ja schon über Partner und so weiter gesprochen. Hörlux ist bei mir jetzt gerade so ein Ding. Mit diesen High-End In-Ears, ne? Mit Abdruck machen und so weiter. Ich hatte davon vor kurzem so ein paar Testmuster hier, die nicht angepasst waren natürlich mit den ganz normalen. Das ist ja mal neutraler Sound. Ich habe gedacht, dass diese Over-Ears von Biodynamik schon einen neutralen Sound machen, aber holler die Waldfee. Also wenn man auf neutralen Sound steht, mega geil. Und dann jetzt nochmal angepasste Versionen. Irgendwann so Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres werden die dann wohl fertig sein, weil der Hörakustiker hat jetzt erst einen Termin Mitte, Ende des Monats. Dann sind ja die ganzen Feiertage. Also gehe ich erst mal mit Anfang Januar davon aus, ne? Und... Uff. Also wirklich uff. So. Und dafür habe ich mir gedacht... Ich habe ja... Mein Audio-Setup ist ja jetzt absichtlich reduziert, ne? Ich gehe ja nicht mehr über das Mischpult. Ich gehe nicht mehr so mit da rein. Ich gehe ja mit meinem Mikro direkt in das WaveXLR rein. Funktioniert nach wie vor tadellos. Ähm. Und ich benutze ja aktuell immer noch das Wireless-Headset per USB da mit dran. Mit dem Hörlux-Teil habe ich mir jetzt gedacht, an den PC, an die Soundkarte, kommt dann wiederum eine Funkstrecke dran. Da weiß ich immer noch nicht, welche das dann sein könnte, weil ich will für die jetzt auch nicht irgendwie mehrere hundert Euro ausgeben. Kleinen Empfänger an deine Seite und dann hast du quasi die Hörlux immer schön quasi wireless. Hätte ich mega Bock drauf, aber da liegst du selbst bei den einfachen Funkstrecken schon mal locker so bei knapp 200 Euro. Und wenn man dann so ein bisschen die Bewertung von den Dingern liest, dann hört man gerne mal das böse Wort Rauschen. Mhm. Da habe ich nicht so Bock drauf, ne? Ja. Haben die Dinger keine Suchfunktion. Witzigerweise kann man mit den Kopfhörern das Handy suchen lassen. Andersrum habe ich es noch gar nicht geguckt, ob das geht. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn du draußen unterwegs bist mit Menschen in einer großen Menschenmenge oder sowas und du nimmst die Dinger in die Hand, einer stößt sich an und die Teile fliegen weg so, ne? Da hilft dir das auch nicht, wenn das Ding piepen würde. Also das ist dann halt weg, ne? Ich verstehe dein Leben nicht. Das würde ich nie tun. Und wenn, dann habe ich die Ellbogen ausgefahren und das zwei Meter Radius frei ist. Alter, also bei Technik hört es bei mir wirklich auf. Hier wird nichts kaputt gemacht, es kommt nie was weg, es ist immer an derselben Stelle. Und wenn da auch nur einer in der Nähe kommt und Faxen macht, sind die Ellbogen raus. Gibt's nicht. Ich habe meine Earpots noch nie verloren. Das einzige Mal, als meine Earpots weg waren, hat meine Katze, weil der Ohrenschmalz dran, war dran geleckt und die mitgenommen. Blöde Kuh. Mh, das schmeckt aber lecker, da stecken wir uns erstmal ein. Ja, da musste ich ein bisschen suchen, aber das war auch das einzige Mal. Ansonsten sind die immer, äh, immer am Mann. Ich laufe damit auch, glaube ich, dreiviertel des Tages rum, wenn ich nicht hier bin. Also ich habe selten die Ohren frei. Bei mir ist es sehr andersrum, wenn ich hier raus bin und mit dem Auto fahre, habe ich die sowieso nicht drin, klar. Aber wenn ich, wenn ich irgendwo draußen unterwegs bin, äh, bin ich in Anführungszeichen auch froh, dass ich dann mal so ein bisschen Free-Ohr-Time habe sozusagen, weißt du, dass da kein Kopfhörer drauf sitzt die ganze Zeit. Ja, wenn ich mir was anhören oder anhören, äh, angucken möchte, also im Sinne von YouTube-Video, Podcast, whatever, natürlich hat man dann Knopf im Ohr, klar, ne, in irgendeiner Art und Weise. Und das kommt auch vor, aber, äh, das ist doch eher nicht so regelmäßig bei mir. Ich fahre damit sogar Auto. Also, ja. Haben die auch bei dir so eine Funktion, dass sie von außen nach drinnen das durchgeben? In Transparenz-Modus meinst du? Ja. Äh, ja. Du kannst 1C einschalten oder einen Transparent-Modus machen. Mhm, okay. So mit dabei. Was ich, was ich schade finde, man kann wohl diese, äh, Gesten-Steuerung anscheinend nicht ausschalten, so, ähm, und was ich blöd finde bei dem, bei dem, bei speziell bei den Xiaomi-Dingern sind jetzt, ähm, es gibt zwar eine App für, speziell für die Kopfhörer, dass man die damit auch steuern kann, die gibt's aber nur für den chinesischen Markt. Die gibt's in, ähm, einem Rest der Welt anscheinend nicht. Vielleicht kommt das ja später nochmal nach, aber so gesehen brauchst du diese auch nicht, ne? Packst du rein, gehen sowieso sofort an, hältst du gedrückt, ist der, ist der Modus von Transparenz auf 1C. And, ich glaub zweimal tippen war, äh, nächste Lead und dreimal antippen war... Siri. Nee. Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder zweimal antippen war stopp. Ist auch egal. Ist auch egal. Oh Mann, ey, jetzt... Hallo Mr. Xiaomi-Mann, können wir mal speaken? Ich würd' echt gerne ausprobieren. Ich kann dir auch meine drei Xiaomi-Telefone zeigen, die ich von euch schon gekauft hab und meinen ganzen anderen Kram von Xiaomi. Please, let me testen. Diese Konkurrenz-Products. Ich glaub, das läuft dann eher so nach dem Motto so, hey, du hast doch Zugriff auf diese Corsair-Sachen, die noch nicht veröffentlicht worden sind, ne? Du schickst uns die, wir schicken uns die. Hä? Nee. Ich hab kein... Das hab ich wirklich nicht. Hab keinen Zugriff. Also ich krieg die, wenn dann immer NDA. Pünktlich. Hm. Also ich hab nix... Weil es ist mehr so ein Gag, ne? Obwohl, naja, eine Woche vorher vielleicht, aber mehr auch nicht. Außerdem Monitor, den krieg ich nicht. Den bekomm ich wirklich nicht. Welchen Monitor? Corsair hat einen Monitor aus, über 32 Zoll. Ach. Mit richtig starken Panels. Und der sieht auch echt leckoschmeckos aus, aber... Wie viel Herz? Äh, weiß ich nicht aus dem Kopf, aber es ist schon... Es ist über 144, glaub ich. Ja, wollte ich eigentlich mal, aber naja. Dafür bin ich noch nicht kokanisch genug, nicht groß genug. Noch nicht kokanisch genug. Ja, dafür hab ich noch nicht genug Zuschauer, glaub ich. Ja, ist klar. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie groß kokanisch ist im Sinne von Durchschnittszuschauer. Riesig. Ja, ja. Bei dem einen oder... Also bei dem einen oder anderen weiß man das natürlich, oder kriegt man das ja so mit, aber bei ihm hab ich jetzt gerade gar keine Vorstellung. Ja, als Variety. Also ich sag mal zwischen 9.000 und 10.000. Durchschnitt. Variety Streaming. Ist, glaub ich, auch mit einer der fast Einzigen, der das noch überlebt hat. Und mit Computerspiele. XQC? Hä? XQC? Ah, der ist ja weniger Computerspiele, so mehr Entertainment. XQC? Ja, ja, okay. Bei ihm spielt auch eine Menge Drama und so weiter. Keine Frage, aber am Ende des Tages... Kokanisches anmachen, Hallo sagen, Games zocken, ausmachen. Das ist wirklich einer der wenigen noch, der das macht. Also da ist nix mit Reaction Content, kein Drama, nix. Der macht einfach sein Ding da so. Mhm. Und davon gibt's echt nicht mehr so viele. Also in Deutschland ist, glaub ich, kein einziger Großer in die Richtung noch unterwegs. Glaub ich. Außer jetzt so ein Gronkh vielleicht. Okay, stimmt. Gronkh, ja. Aber der heißt ja auch nicht Fulltime-Streamer. Der ist ja mehr, glaub ich, immer noch auf YouTube unterwegs. Na... Ich weiß, was du meinst, ja. Ich weiß, was du meinst. Aber am Ende des Tages spielt's ja auch keine Rolle, mit was du machst. Eben. Wir haben letztens über so ein paar Spiele gesprochen, wie man das halt immer so machen. Und dann war das ganz kurz League of Legends. Ich hab selber nie League gespielt. Also zwei-, dreimal, ne? Mal mitgespielt oder mal ein Ründchen. Aber ansonsten, ich hab keine Ahnung davon. Das meine ich damit. Und dann schreibt einer in den Chat, ja, League ist tot, League ist tot. Und ich denk so, hm, guck dir mal No Way an. Der hat immer fünfstellige Zuschauerzahlen als Beispiel, ne? Das ist der erste, der mir direkt eingefallen ist, weil... No Way for you, Sir, oder so. Ja, genau. Heißt der Channel, glaub ich. Ja. Ja. Also, ja, League ist jetzt vielleicht nicht mehr so mega-trendy, hätte man früher gesagt. Wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch gewesen ist. Aber das hat immer noch eine so unfassbare Userbase. Also, sowohl beim Zuschauen als andersrum. Aber ich glaub, League ist gar nicht so tot, du. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Das ist, glaub ich, das ist nicht mal ansatzweise tot. Also, vielleicht auf Twitch, aber es ist halt immer noch Free-to-Play. Das ist so ein richtiges Go-To-Free-to-Play-Game. Und es läuft auf einer Kartoffel, ne? Und es läuft auf einer Kartoffel, ja. So sieht's aus. Und jetzt noch mit Netflix, äh, das Ding kam ja auch noch mit dazu. Arcane. Das ist auf jeden Fall nicht tot. Also... Ich glaube, da mag einfach irgendjemand League nicht mehr. Ja, klar. Arcane hast du selber gesehen? Nee. Du guckst ja an. Das hat... Du kommst gar nicht auf die Idee, dass das was mit League zu tun hat. Wirklich. Das ist... Also, ich spoiler nicht. Es geht um eine fiktive Stadt in einem fiktiven Universum oder Planeten oder sowas. Und es wird wenig um das rum und rum erzählt. Es hat absolut bisher nichts mit irgendwelchen Fights in irgendwelchen Lanes oder sowas zu tun. Ja. Also, das ist wahrscheinlich die Hintergrundstory zu den Charakteren, die sie ja jetzt auch haben. Also, League hat ja schon immer Lore gehabt. Ja. Damit wird das halt wahrscheinlich so zu tun haben. Schon. Aber schön erzählt, schön gemacht, gut umgesetzt. Ähm, auch diese Animationsart ist sehr außergewöhnlich, sagen wir es mal so. Also, ich hab's gesehen und es war so ein... Das war so ein so... Ach ja, ja, lass... Ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halte. So, lass noch eine Folge gucken. So, ja, weiß ich. Nächste Folge müssen wir auch noch gucken. So, weißt du was? Heute gucken wir mal Arcane weiter. So, weißt du so. Man ist halt drin. Ich hab grad eine andere Serie angefangen. Was denn? Äh, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist so ein bisschen Intrigenscheiße. Das ist eigentlich so ein Binge-Ding zum Einschlafen. Da ist ein Mädel gewesen, die war sehr fettleibig und dann hat sie abgenommen. Und jetzt wird sie Schönheitsprinzessin in Amerika. Und das ist halt super funky, was da so an Intrigen und der ganze Scheiß so abgeht. Und wie hinterfotzig Menschen sind. Und für mich ist das einfach so ein Einschlaf-Binge-Ding. Alles klar. Ja. Ich kann das nicht. Ich kann nicht. Ich kann mich. Also ich hab früher immer drei Fragezeichen gehört zum Einschlafen. Nicht immer, aber eine Zeit lang halt so, ne? Wenn ich heute eine Musik anmache oder einen Podcast oder irgendwie so ein Hörspiel, das ich schon tausendmal gehört hab, ich schlafe nicht ein. Ich will dann immer irgendwie noch dranbleiben, bis es zu Ende ist. Oder wenn ich zum Beispiel dem smarten Lautsprecher sage, geh bitte eine halbe Stunde aus, dann kriege ich in der Regel immer mit, dass er ausgeht. Und dann kann ich einschlafen, weil das Geblubber ja weg ist. Und genau das gleiche mit dem Fernseher. Ich bin früher auch mit dem Fernseher eingeschlafen, weil das halt auch teilweise mega entspannend war so, ne? Krieg ich heute nicht mehr hin. Dann guckst du bis zum... Geht nicht mehr zu Ende und dann fallen dir die Augen schon fast zu und dann gehst du ins Bett. Ich bin einfach dead. Ich penn einfach weg. Cool. Also so mit Sport, Rennfahren und dann sehe... Ich wollt's grad sagen, das liegt bestimmt daran, weil du Sport machst und den Hardcast auch noch auf YouTube hochlädst und so richtig... Ich bin mir sicher, ich könnte supergut pennen, ne? Ja. Du müsstest dich einfach ein bisschen mehr verausgaben, Alex. Ich hab in der Regel kein Problem mit dem Einschlafen. Also selten, ne? Aber... Also klar, aber ansonsten fast nie. Schon krass. Ja, ja. Also ich hab... Wo wir jetzt grade noch von diesen Smartspeakern gesprochen haben. Ich hab letztens ein neues Hörbuch angefangen. Also ich weiß noch nicht, ob ich da, ob das gut angelegtes Kapital von Audible war. Übergangsmanager hieß das. Also kurz angerissen, der Übergangsmanager ist derjenige her, der dich zwischen deinem Ableben ins Jenseits befördert quasi. Ganz... Also... Wird? Ey, das ging los, das Ding, und ich denk mir so, what the fuck is that shit? Und es geht immer so in Episoden, und ich bin irgendwie, ich glaub drei Stunden Auto gefahren, und ich bin nach dem Autofahrt, bin ich ausgestiegen und denk mir so, was hast du hier eigentlich grade gehört? Hä? Ja. Jetzt hör ich das aber zu Ende, weil ich dafür einen Audible-Punkt ausgegeben hab. Und ich find's echt scheiße eigentlich. Ich find's nicht gut. Ich... Ich bin kein Audible-Kunde. Wenn du sagst, Audible-Punkt, dann hast du also pro Monat eine gewisse Anzahl von Punkten, die du für Produkte ausgeben kannst. Eine. Willst du mehr hören, musst du... Genau. Du kannst ein Hörbuch, äh, kannst du hören. Ein Hörbuch im Monat. Umsonst. Okay. Okay, for free, ja, alles klar, ich verstehe. Also for free, 9,99 kostet das so. Ja. Und ich ärgere mich so sehr. Moment, 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 Moment. Du bezahlst einen Zehner dafür, dass du ein Hörbuch pro Monat hören kannst. Ja. Hast du nach dem Monat noch Zugriff auf dieses Hörbuch? Du kannst da so lange hören, wie du willst, ja. Also auch nach dem Monat kannst du dieses Hörbuch... Ja. Das ist so, als wenn du jeden Monat dir eins kaufen könntest und das ist in deiner Library. Alles klar. Genau. Das kannst du jedes Mal wieder reinhören, ja. Okay. Genau. Ja, ich bin so bei Hörbüchern, ich habe mir ein paar Hörbücher damals mal so angehört. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen bei Guilty Pleasuren sind, so das Buch von Dieter Bohlen zum Beispiel, ja. Oder auch von Nadel Abdel Farag, ja, auch, genau so. Und ich bin echt froh, dass ich mir, also wirklich nur das Hörbuch, weil du da superschnell durch bist. Also ich glaube, das Buch hätte ich einfach irgendwann so nach 20 Seiten weggeschmissen, weil ich es nicht ertragen hätte. Aber das ist halt super Content zum Einpennen und so ein bisschen Fremdschämen halt auch, ne. Also ich fand das so damals sogar, ne. Okay. Wahrscheinlich das Bohlenhörbuch gefiel mir sogar noch relativ gut. So, fand ich echt gut. Aber danach ist es halt irgendwie bei mir mit Hörbüchern auch irgendwie eingeschlafen. Ich wollte mir immer nochmal das Monte-Buch durchlesen oder das Hörbuch dann anhören, aber, ja. Ich habe damit dieses Jahr erst angefangen, also vor kurzem, weil ich in der Badewanne irgendwie, mir hat jemand eine sehr geile Buchserie empfohlen und dann habe ich damit angefangen das zu lesen und es war großartig. Und dann war ich halt wirklich so viel Auto gefahren mit dieses Jahr. Ich konnte keine Musik mehr hören. Mir ging Musik auf den Sack, weil du hast dann so dein Drum-and-Bass-Ding oder du hörst halt Lofi-Musik, also mehr Drum-and-Bass, weil Lofi ist 130 auf Autobahn Musik und naja, wenn nachts frei ist, ist es halt 140. Und irgendwann konnte ich das nicht mehr. Und dann habe ich angefangen mit Hörbüchern, weil dann finde ich persönlich bei Hörbüchern verschwendet man nicht so viel Zeit. Also nicht, dass Musikhören Zeitverschwendung ist, aber du kannst halt in der Zeit was lernen. Also zum Beispiel, wenn man sich die Bücherei achtsam morden zu Gemüte führt, kriegt man quasi gratis in drei Büchern eine psychologische Sitzung dazu mit Tipps für dein Leben. Und das finde ich echt geil. So empfinde ich das nicht als Zeitverschwendung. Musik ist immer so, beim Autofahren ist irgendwann, ja, ist cool, ist fetzig, man hat gute Laune, aber so kann man halt noch nebenbei irgendwie was lernen. Ich habe immer Podcasts gehört. Ich bin auch ein wenig Podcast-Hörer, ne? Aber ich habe immer Podcasts gehört, wenn ich zum Beispiel zu sowas wie der Dreamhack gefahren bin. Also ich habe dann so die ganzen Folgen von hier Filmern zum Beispiel, hier Spoppen, das gibt es ja nicht mehr. Hat der aufgehört? Haben die aufgehört? Ja, ja, die haben jetzt aufgehört. Haben die sich gestritten? Ich glaube, Phil ist ja mehr so in dieses zum Real-Life-Man-Menschen geworden. Und ich glaube, das ist jetzt einfach so aus dieser Entwicklung geschuldet. Ich habe mir die letzte Folge noch nicht angehört. Ich mache das meistens dann so, wenn ich irgendwelche langen Fahrten habe. So, ich weiß, von hier aus bis zu Dreamhack gibt es ja auch leider nicht mehr, bin ich immer so fünf, sechs Stunden unterwegs gewesen. Und da kannst du halt super mal eben so ein paar Folgen, die du die letzten Monate nicht gehört hast, nachholen, so, ne? Und das war dann auch ganz angenehm. Wie du schon sagtest, dann kriegt man so noch ein paar Storys mit, du erlebst noch ein bisschen oder du kriegst so ein paar Infos mit, die du so hattest. Und ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst, dass man da was lernt. Ich habe das Gleiche mit YouTube-Videos. Ich bin supergut da drin, abends, wenn der Stream aus ist, noch auf YouTube kleben zu bleiben, weil ich noch irgendwas wissen will, wie irgendeine Software funktioniert, wie irgendein smartes Ding funktioniert oder irgendwas anderes. Und ja, dieses Rebel-Tole geht dann ja immer weiter, ne? Ja. Ganz schlimm. Vielleicht sind YouTube-Videos jetzt nicht so ergiebig wie halt so ein Podcast oder solche Hörbücher, wenn es um bestimmte Themen geht, ne? Weil es ja auch oft dann nur so oberflächlich angerissen wird, weil, ne? Wer hat schon Zeit, sich so ein zwei Stunden langes Tutorial anzuhören? Würde ich auch nicht. Aber, äh, ja. Schon gut. Ich habe letztens auch einen Podcast angefangen, meine erste Million. Die, äh... Das ist von... Weiß ich, irgendeine Dame aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Hm. Die, äh, interviewt halt, äh, schwere Menschen mit schwer viel Geld. Und das ist, äh, sehr interessant. Also, gerade mal so in deren Mindset, äh, ja, quasi mal reinzuhören und, äh, was die so machen. Die sind ja super, also die sind ja super witzig und, ähm, wie soll man das sagen? So skrupellos. Also, ich habe jetzt mal eine Million gemacht. Dann habe ich das verkauft. Und dann war mir langweilig. Und dann dachte ich mir, der eine Typ, der, ähm, ich glaube Lieferheld, äh, war das? Oder Lieferando? Also irgendein Pizza-Verteiler, der hat so viel Asche gemacht, äh, dass er sich jetzt gedacht hat, er baut Luxusgaragen. Für, für Menschen, die viel Geld haben und Ferrari fahren oder so, baut er Luxusgaragen. Und da ist dann, also, der hat ja so ein Prototyp gebaut und du kannst dir halt gar nicht vorstellen, dass das überhaupt in irgendeiner Form funktioniert. Aber er sagt sich so, ja, fuck it, Alter, ich baue die Scheiße einfach. Und dann hast du halt so, musst dir vorstellen, eine richtig krasse Glitzer-Glänzy, ja? Was ist eine Luxusgarage? Da ist alles so glitzy-Glänzy und super Sicherheit und Kameras überall und alles schick und mit hier so, so Fliesen, wo du dich selber drin sehen kannst. Und von außen kannst du über Plexiglas reingucken, das ist eine Luxusgarage. Und da können dann reiche Menschen ihre Autos abstellen, weil da kommt keiner rein, das ist halt abgesichert und überwacht und da können sie dann ihr Auto drin frönen, sozusagen. Und das ist so, du musst dir das mal vorstellen, das ist so abstrus, dass du, du verkaufst halt so ein Ding, also dein Startup und er macht halt irgendwie so was wie Luxusgarage und so, wo du dir denkst, what the fuck? Und dann sagt er halt so aus der Kalten, ja, also ich hab bestimmt schon mal so eine halbe Million oder so eine Million, hab ich schon mal weggeknallt für nichts. Hat halt nicht funktioniert. Aber so völlig, als wenn's nichts ist, weißt du? Jetzt mal real talk, mal angenommen, du machst mit deinem Startup, ich sag mal, jetzt zahlst du denn 20 Millionen und du hast Spielgeld und du willst das nächste Ding irgendwie machen, dann zündest du drei, vier Knaller. Ja. Die meisten gehen einfach nur weg, ja, und aber dann ist, irgendwas ist ja dann wieder dabei, was dann so geht. Ja. Und ich sag mal, wenn du jetzt aus der typischen arbeitenden Bevölkerung kommst, wie so ziemlich alle oder wie so ziemlich viele von uns, dann hast du eher so, eher das Mindset von wegen, oh, wenn ich, wenn ich 100.000 verdient habe, dann muss ich die ganz dringend festhalten. Das ist ja auch, also in mir ist das ganz fest drin, weil die dürfen ja nicht, die hab ich, die hab ich ja verdient, die muss ich auch hier halten. So, ich mein, ich hab auch das Mindset, wenn was kaputt geht, klar, du musst es, kaufe ich mir das auch sofort neu oder ich bestell mir das, ne, was man dann halt so braucht, aber so dieses, ich hab auf gar keinen Fall so dieses Mindset von wegen so, ah, jetzt hab ich als Beispiel, wenn ich jetzt 100 hätte, also, schön wär's, ähm, und dann nehm ich einfach mal 10 und das setzen wir mal da so drauf, so, das, das wär, könnte ich mir gar nicht vorstellen, geht gar nicht. Also mittlerweile, also seitdem meine Bank mir dieses Jahr geschrieben hat, Herr Dissingen, äh, sie müssen, äh, extra Geld bezahlen, weil sie so viel Geld auf dem Konto haben, seitdem hab ich nichts mehr auf dem Konto. Ja, verständlich. Ne, ich, also ich besitze, ich bin so ein Schwabe, ich besitze eigentlich auch nichts mal mehr, was. Ich bin wirklich komplett in den Schwaben-Bodus gegangen. Ja. Ähm, aber das ist halt so, also bei dem Podcast, äh, wir reden gar nicht über Hardware, sorry Leute, übrigens, das, wir, manchmal verzweigen wir uns so, ähm, bei dem Podcast wird halt so mit, mit, mit verschiedenen Menschen gesprochen und die sind super, also die sind so weit entfernt von der Menge an Geld, die sie haben, ähm, das ist echt verrückt. Ja, da war so eine, ja. Blöde Frage, aber, ähm, meinst du nicht auch, dass wenn, wenn, also mal angenommen, du würdest jetzt, mit deinem Startup hättest 20 Millionen gemacht. Ja. So ähnlich wie das, mal angenommen, du wirst aufs Twitch-Panel eingeladen und sitzt jetzt oben und dich fragen halt die Moderatoren, hey, warum bist denn du hier, was hast du alles erlebt und wie bist du da hingekommen und so weiter. Das ist ja auch schon so ein bisschen Beweihräucherung und so ein bisschen sich selbst feiern und so ein bisschen nur die guten Seiten erzählen, so, ne? Den ganzen Scheiß lässt du dann ja weg. Nö, also auch in dem Podcast so, die Leute erzählen auch, was sie, was sie dafür, äh, geben mussten, so. Also der Dude zum Beispiel, der arbeitet heute noch 16 Stunden am Tag. So, der wird von seinem Personal Trainer gezwungen, dass er zum Sport geht. Äh, er hat eine Abmachung. Wie heißt das Ding? Personal Trainer? Achso, äh, meine erste Million. Also der wird halt richtig getriezt und, äh, malträtiert so. Also da wird auch schon darüber gesprochen, wie scheiße das ist. So seine Freundin zum Beispiel, wenn, also seine Freundin und er haben einen Deal gemacht, dass sie vorgibt, wann er Feierabend machen muss. Damit die sich halt sehen sozusagen. Weil sonst schafft er das nicht, der hört dann halt nicht auf so, ne? Und dann war Regina Halmich zum Beispiel, äh, denke ich mal, du weißt, wer Regina Halmich ist? Ja. Die hat auch erzählt, dass sie früher überhaupt kein Geld gekriegt hat für ihr Box und so. Also die haben schon erzählt, äh, wie das nicht funktioniert oder wie es war. Und bei der, äh, bei der ersten, da war so eine, so eine Schriftstellerin, äh, die hat halt auch erzählt, dass ihr Mann, äh, sie durchtragen musste am Anfang und dass sie nie Geld wirklich hatten. Also bei denen ist das, das ist so abstrus, dass das bei denen so ein absolutes Nebenprodukt ist. Es ist halt Mittel zum Zweck und dass es immer mehr geworden ist, ist halt auch so ein Mittel zum Zweck. Und als es mehr geworden ist, haben sie es wieder woanders hingegeben und dann ist es noch mehr geworden. Und dann ist das wie so ein Schneeball. Aber das interessiert die gar nicht, das ist richtig krass. Also wenn du denen zuhörst, wie, wie die über Millionen reden, ähm, also nicht, dass sie irgendwie so einen abgehobenen, einen Eindruck gemacht haben, sondern wie du, du merkst halt richtig, wenn, wenn sie über diese Summen reden, wie das für uns wie 10 Euro sind. Das ist so, das ist wirklich, wenn du dir das anhörst, das ist wirklich abstrus. Das ist richtig abstrus. Ja, ich hab mir dann hier mal so eine Farm gekauft für 500.000. Da können jetzt dann halt Leute leben, die kein Geld haben. Ich möchte Künstler fördern. Das kostet dann im Monat so und so viel. Naja, dann ist das einfach so. Und du sitzt halt da mit den Dingern in den Ohren und denkst dir so, Alter, du redest hier von Zahlen. Junger Vater. Ja, und dann so. Will ich das mal aus meiner Perspektive eben kurz beleuchten oder erzählen? Ja, ja. Ich hab, also falls ihr das schon kennt, sorry, wenn ihr meinem Kanal schon länger folgt. Ich hab früher als Werbetechniker gearbeitet. Da verdienst du, ja, nicht viel und du musst viel Überstunden machen und beschissene Arbeitszeiten. Kunden halten sich nicht an Absprachen. Egal. Und danach bin ich in diese Selbstständigkeit gerutscht und hab dann mein eigenes Glück versucht. Und ich hatte keinen wirklichen Plan, weil das auch sehr unvorbereitet war und wollte ursprünglich auch immer Webdesign machen. Und bin halt so in diesen typischen selbstständigen Modus reingerutscht, dass du halt viel hustlst. Aber es kommt wenig zurück, weil du halt auch, wie gesagt, sehr unvorbereitet da reingegangen bist. Und hab viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und bei ein paar hab ich auch echt Glück gehabt. Ich will jetzt nicht zu tief dauernd reden, das wird jetzt zu lange dauern. Mit ein paar Sachen hab ich auch echt Glück gehabt und das hat eine ziemlich lange Zeit lang ganz gut funktioniert. Und dann bin ich irgendwie jetzt hier zu diesem YouTube-Schrägstrich abgerutscht in diesen Streaming-Dschungel, sowas in der Richtung. Und aus meiner Sicht haben wir eine sehr privilegierte Stellung, weil wir mit viel Bullshit und ein bisschen Büroarbeit und Papierkram rundherum eigentlich ein super einfaches Leben dann quasi verarbeiten können und führen können. Natürlich aufgrund der Zuschauer und dem Interesse, was dann da besteht und damit einher mit Zuschauerzahlen kommen, Werbepartner und sowas halten wir das mit dabei. Und das ist halt super, super easy. Ich sag nicht, dass Streaming einfach ist. Ich sage halt nur, jeder, der sagt, Streaming ist keine richtige Arbeit. Ja, aber auch nein. Also da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber am Ende des Tages, ich hab das natürlich damals auch in der Werbetechnik, in der ich gearbeitet habe, gesehen, wie viele Läden einfach aufmachen mit einer guten Idee. Und die gehen nach zwei Jahren wieder zu, weil die einfach nicht funktioniert hat. Die Kunden hatten keinen Bock drauf. Die waren zu teuer oder weiß der Geier was. Und also ich jetzt für mich würde schon sagen, dass ich so meine Nische jetzt für den Moment gefunden habe. Aber ich hätte auch schon noch natürlich Bock, noch weitere Sachen auszuprobieren und zu gucken, was kann man jetzt machen und in welche Richtung geht das. Es geht sicherlich nicht dahin, eine Luxusgarage zu bauen und zu sagen so, ey Monte, deine Garage mit den Graffitis sieht schon sehr geil aus und mit dem RGB-Kram, ja. Aber ich baue dir jetzt so einen richtig geilen Schuss und da willst du deine Autos gar nicht mehr rausholen, weißt du? So diese Nummer. Also ich kann das schon so nachvollziehen, aber... Kann ich dich kurz unterbrechen? Ja, bitte. Hallo Mestrogon! Hallo! Wenn Alex und meine Wenigkeit uns unterhalten, ist der Chat meistens sehr ruhig und lauscht nur. Hi! Hu! Hallo! Chat, sag doch Mestrogon mal hallo! Okay, jetzt können wir weitermachen. Also am Ende des Tages, ich bewundere Menschen, die natürlich erstmal einfach so irgendwo so richtig reinhasseln und an irgendeine Sache glauben. Aber ich habe das halt auch aus der Dienstleisterperspektive oft gesehen, dass da in völlig abstruse Ideen oder auch, keine Ahnung, wir haben mal so ein Kork-Studio beschriftet, also sprich die Außenwerbung gemacht und Werbemittel halt produziert und Fahrzeuge beschriftet und so. Und mein Chef sagt so zu mir, du, nicht böse gemeint, ich kenne den Markt jetzt natürlich, ich kenne die Kunden hier nicht so dafür, aber sowas wie ein Kork-Studio, also ein Laden, wo du dir Sachen aus Kork kaufen kannst, kann er sich nicht vorstellen, dass das bei uns, wenn die nicht noch sehr viel Handel über einen Versand oder sowas machen, dass es überhaupt geht. Zwei Jahre später, Laden, Pleite. Und ich kenne mehr kleine mittelständische Betriebe, die auch schnell wieder zugemacht haben, weil es einfach nicht funktioniert hat, als dass da mal was bei war, was richtig funktioniert hat. Und das ist dann halt auch ein bisschen einschüchternd und ein bisschen frustrierend, wenn man sieht, wie viel Arbeit die da teilweise reingesteckt haben. Schon sehr krass. Und so andere Sachen, die zum Beispiel so Nische sind, dass ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Also eine Firma aus Lippstadt, die hat für Boote, Yachten, jeder Größenordnung, haben die so Spezialbetten gebaut. Also weil viele Boote haben völlig unterschiedliche Formen innen und haben nicht so viel Platz. Und dann musst du halt, dann muss das halt offensichtlich irgendwie sehr angepasst werden und sowas. Und die haben sich darauf spezialisiert. Und die sind, ich weiß nicht, ich habe den Kontakt natürlich damals da verloren, aber denen ging es offensichtlich sehr gut, weil der Markt das halt hergegeben hat. Und weil die Nachfrage da war, weil es nicht so viele Firmen gibt, die sich darauf spezialisiert haben und weil einfach Bedarf halt irgendwo da war. Das ist halt auch krass. Die haben auch jahrelang nichts anderes gemacht. Und das mit dem, dein Lebenspartner muss dir im Prinzip dann auch Regeln vorgeben und zu sagen, oh, du bist wieder im Matrix-Modus, by the way. Jetzt geht es wieder, es geht wieder, es geht wieder, es geht wieder. Okay, okay. Du musst jetzt Feierabend machen, weil sonst würden wir uns heute gar nicht mehr sehen. Und du hältst dich dann auch noch dran und bildst nicht dann dieses bockige Kind und sagst so, nein, das mache ich jetzt erst noch fertig, ist mir scheißegal, das muss fertig gemacht werden. Weil das machst du ja als Partner normalerweise, ne? Ah, schwierig. Ich nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Hab schon einmal durch. Hab schon einmal durch, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich bin auch nicht mehr, also ich bin auch nicht mehr Vertreter von Work Harder. Ich bin Work Smarter. Ich habe früher, früher habe ich das gerne so, also habe ich das auch gerne so gesehen. So reinhusteln und machen, aber irgendwann wirst du feststellen, dass du dir einfach dein scheiß Gehirn weggrillst. Du grillst dir einfach die Rühe weg. Also dieses Mindset, schlafen können wir später, ist dumm. Klar, wenn du Crunch Times hast und eine Sache muss jetzt fertig werden bis zum Deadline, logisch, sehe ich auch. Aber so grundsätzlich davon auszugehen, du brauchst nicht mehr als vier Stunden Schlaf oder wie viel auch immer, das ist so dumm. Das geht so auf die Gesundheit, das macht dich so kaputt, keine Chance. Also alles, was du nicht in den Arbeitsstunden tagsüber schaffst, musst du am nächsten Tag machen. Ansonsten machst du dich kaputt. Und wenn du genug Kohle hast, dann hol dir halt Leute, die das für dich machen. Ja. Ich kann das nicht, aber sehe ich so. Es ist schwer, ja. Also ich glaube, dieses Gesundheit, aber das Schöne ist, da habe ich letztens schon besprochen, ich glaube, in unserer Bubble ist so Gesundheit mal angekommen mittlerweile. Schon, ja. Menschen machen Sport und, glaube ich, achten auch ein bisschen mehr auf sich. Ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich eine bestimmte Person auf Twitter sehe, der dann immer morgens postet, und ich meine jetzt ausnahmsweise nicht dich, dass er wieder auf seinem, wie heißt das Ding, Pelotrom, Pelodrom, dieses Fahrrad mit dem Display da drauf. Und diese Firma hat auch quasi so ein Laufband rausgebracht und das nutzt er auch. Und dann postet er immer so ein bisschen seine Ergebnisse oder was er halt wieder gemacht hat. Ah, ja, das wäre schon cool. Aber jetzt meine Notlüge oder meine Ausrede wäre ja, ich habe ja hier keinen Platz dafür. Das geht ja nicht. Peloton heißt es genau. Weißt du, wie witzig das ist? Also weißt du, wie witzig das ist, dass Menschen dafür Ausreden finden? Aber sie eigentlich gar nicht wissen, dass sie sich danach viel besser fühlen? Ich weiß, dass ich mich danach besser fühle. Warum wirst du denn eine scheiß Ausrede? Mach das doch einfach. Ich habe selber so circa drei Jahre lang bestimmt drei bis fünf Mal in der Woche Sport gemacht im Fitnessstudio. Richtig Gas gegeben und es hat auch Spaß gemacht. Und ich habe genau diese Sache, diese Ansicht, die du da jetzt dazu hast, vertreten. So von wegen, ja, warum machen die Leute das denn nicht? So und es gibt nur machen oder nicht machen. Also du brauchst nicht drüber reden, du brauchst gar nicht, dir keine Ausreden einfallen. Du kannst einfach nur sagen, ich mache es nicht, fertig. Ja, genau. Es geht auch keinem was an. Ja, genau. Es geht keinem was an, das nicht zu machen oder sowas. So und ich will mich da auch gar nicht rausreden. Auf der einen Seite würde ich super, super gerne ins Fitnessstudio gehen und Sport machen. Auf der anderen Seite haben wir Corona. Als ich das letzte Mal im Fitnessstudio war, habe ich mich so unwohl gefühlt. Und ich will jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen. Keine Chance. Mach doch zu Hause. Ja, ich habe da vorne liegen so ein paar Bänder. Da hinten habe ich noch ein paar Gewichte und Handeln stehen. Der Chat möchte, dass ich mal wieder, also Teile vom Chat möchten, dass ich mal wieder einen Sportstream mache. Sowas in der Richtung. Ja. Ich habe das, also für mich immer, das Schwierigste ist immer der Mensch, das sind ja, also Menschen sind ja immer unterschiedlich. Also man kann ja, also bloß weil in deinem Kopf etwas los ist, heißt das ja nicht, dass es bei jemand anderem ähnlich ist, ne? Ja. Und so wie du gerade gesagt hast, entweder machst du es oder machst du es nicht. Aber ich finde so, was ich immer nicht verstehe, sind die Grauzonen zwischendrin. Eigentlich würde ich schon gerne, aber irgendwie auch wieder nicht. Und dann denke ich mir immer so, na wenn du schon sagst, der macht die Scheiße doch einfach. Sondern der macht den Kack doch einfach, weil es halt auch gut für dich ist. Das Ding ist halt, Menschen lügen sich halt immer selber an. Sie lügen sich einfach, sie fühlen sich scheiße, aber sie wollen aber auch nichts beheben, wenn es scheiße ist. Ja, das ist ja diese typische Situation, ne? Also von wegen so, aha, mir geht es so kacke, ich habe kein Geld. Ja, ähm, wie, wie, ich will jetzt gar nicht in die Richtung, ja dann such dir Arbeit gehen oder sowas. Da gibt es auch wieder tausend Fettnäpfchen und Graustufen, die mir jetzt reintreten können. Aber wie du schon sagtest, ne? Du kannst unzufrieden mit dir sein, dass du vielleicht ein paar Kilo zu viel drauf hast, aber du weißt genau, was du tun musst. Du kannst Sport machen, du kannst mehr Bewegung in deinen Alltag integrieren, du kannst deine Ernährung, du musst deine Ernährung nicht mal großartig umstellen, wäre der beste Weg, klar. Aber du kannst auch einfach nur mal darauf achten, was du überhaupt isst und wie viele Kalorien du zu dir nimmst. Alleine dieses Gefühl dafür zu bekommen, dass du eigentlich im Normalfall viel zu viele Kalorien zu dir nimmst, die du gar nicht brauchst, hilft dann schon, so. Und wenn du dann noch ein bisschen Sport machst oder dich ein bisschen mehr bewegst oder sowas, dann hast du automatisch ein Kaloriendefizit und nimmst eigentlich nicht mehr zu. Abgesehen von, du hast eine Erkrankung, aber es ist ja gar nichts. Das Herrdeste, was bei mir also wirklich hart getroffen hat, ist, und warum ich auch jeden Morgen aufstehe, scheißegal, wie kalt, ob frieren oder gar kein Bock, aber das, also das, Vladi, mein persönlicher Trainer, hat zu mir gesagt, Maga, wenn du mit 60 mit deinen Kindern noch spielen willst, dann stehst du morgens um 8 auf und gehst laufen. Weil sonst sitzt du einfach in deinem Stuhl und hast Rückenprobleme und dann kannst du wahrscheinlich, wirst du beim Scheißen mehr Schmerzen haben, als du in deinem ganzen Leben davor hattest. Also überleg dir sehr, sehr gut, ob du jetzt lieber faul sein möchtest oder ob du eine halbe Stunde am Tag einfach ballern gehst und dich dazu zwingst. Weil sonst ist nachher auch nichts mehr mit den Kindern. Und das hat richtig hart gehindert, du, bei mir. Und bei mir gibt es auch keine Diskussion. Also wirklich, außer ich bin körperlich komplett im Arsch, dann gönne ich mir mal eine Pause, weil sonst bist du oben drüber, es gibt ja auch zu viel. Aber das ist so, also ich habe ein gutes Gefühl, dass ich mittlerweile mit 36 beweglicher bin als mit Mitte 20. Das ist halt richtig krass. Ich habe in der Hochzeit des Ich-Mache-Sports das bei mir so gehabt, dass ich das für einen Wien-Termin behandelt habe. Also ich bin dann um 8 Uhr zum Fitnessstudio gefahren und da sind meistens fast nur Rentner dann halt irgendwie am Start. Du kommst dann alle Geräte dran, das ist super easy, du bist in einer Stunde mit allen Sachen durch. Und wenn du dann merkst, deine Tagesform ist so beschissen, dass es dir nicht gut geht, dann habe ich auch schon mal nach einer halben Stunde aufgehört. Aber hast du gemerkt, du kannst richtig Gas geben, dann hast du auch mal eine halbe Stunde drangehangen, weil es einfach auch Spaß gemacht hat. So und das war dann kein, ich habe mich nicht durchgequält, das hat einfach Bock gemacht. Abgesehen von, du hast dich mal irgendwie überanstrengt oder so, war auch alles im grünen Bereich. Und diese Schwelle zu überschreiten, wieder was zu machen und das fällt dir nicht so schwer so, wenn man jetzt mal, sagen wir mal, du bist in Urlaub gefahren, hast zwei, drei Wochen mal nichts gemacht oder sowas. Das ist immer so meine große Hürde dann gewesen. Und irgendwann war die Hürde dann, ich bin aus dem Urlaub gekommen, ich hatte nicht so richtig Bock. Ich bin wieder hingegangen, keine Ahnung, dann habe ich mir eine Zerrung gezogen und dann war ich irgendwie ein, zwei Monate raus. Und irgendwie bin ich dann halt von dem, ich mache Sport in den, ja nee, jetzt sitze ich mal morgens lieber hier und mache irgendwelche scheiß YouTube-Videos vor meiner eigentlichen Arbeit. So bin ich rausgekommen. Und das ist eine reine Bequemheit, also aus reiner Bequemlichkeit bin ich da rausgerutscht. Ist so. Da bin ich mir auch absolut drüber bewusst. Ja, ist ja auch nicht. Chat sagt übrigens, ich soll Sport im Hühnerkostüm machen, nur weil ich einmal gezeigt habe, dass ich zufällig ein Hühnerkostüm hier habe. Ich habe auch eins hier. Ich glaube, das passt sogar noch besser als vorher mittlerweile. Okay, nächste Folge, nächste Episode, Hardcast im Hühnerkostüm. Ist das auch so ein großes Ding, was so luftgefüllt ist? Nee, 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 das nicht. Das hauteng. Okay. Ja. Aber das sollte mir, wenn ich es noch habe, das sollte mir eigentlich besser passen. Wenn ich es nicht abgegeben habe. Ja, meinst du es noch original verschweißt? Also das ist so ein, so ein, wie diese Sumo-Anzüge, so ein Ding ist das. Okay. Ja, dann sehen wir dich ja nächste Woche mit fünf Kilo weniger, wenn du jetzt wieder mit Sport anfängst. Ist gut. Gleich, nachdem ich die Podcasts hier auf YouTube hochgeladen habe, ne? Ja, das muss doch einmal in der Folge, muss das doch von einem von uns beiden erwähnt werden, oder? Mir wurde letztens, wurde mir zugetragen, ich soll nicht immer so hart zu dir sein. Das wurde mir wirklich jetzt zwei- oder dreimal wurde mir das gesagt. Seitdem versuche ich, empathischer zu sein und schmunzle darüber, wenn du das sagst. Aber am liebsten würde ich dir richtig die Limiten lesen. Warte, warte, warte. Hallo Dizzy-Chat, hört mir kurz zu. Ich finde das ganz gut, wenn ich zwischendurch mal so auf den Boden der Realität gebracht werde, was angebracht wäre zu tun. Außerdem bin ich schon ein erwachsener Mensch, habe schon ein bisschen was erlebt und wenn jemand so ein bisschen kiebig zu mir ist oder mir so eine Spitze verteilt oder sowas, kann ich das entweder einstecken, ich kann darauf reagieren oder ich kann es akzeptieren und damit umgehen. Und es ist zwischendurch mal ganz gut, dass mal einer sagt, und das ist jetzt schön, dass er in dem Fall Dizzy ist oder auch jemand anderes in meinem Umfeld, dass man zwischendurch mal so ein bisschen Feedback bekommt. Wenn man so komplett ohne Feedback gibt, dann wird man immer gelöster von den Dingen, egal was das dann ist und wird sehr unreflektiert. Also ich finde, wenn mich was stört, dann sage ich auch, dass eine gewisse Grenze überschritten wurde. Oder dann sage ich auch, das fand ich scheiße. Entweder live oder auch danach oder was auch immer. Habe ich bei dir aber noch nie gemacht. Alles war bisher immer im grünen Bereich. Also du brauchst dich da wegen mir nicht zurückhalten. Das war nicht mal jemand aus dem Chat. Aber ich habe sogar auf zwei YouTube-Kanälen in den letzten zwei Wochen mehrere Videos hochgeladen. Schön. Veröffentlicht. Schön. Ja. Aber du könntest auch den Hardcast endlich mal hochladen. Der ist sogar hochgeladen. Es muss nur katalogisiert, durchgeschaut, Playlisten, so. So sieht es aus. Wir kommen zum Ziel. Ich muss meine YouTube-Kanäle auch mal aufräumen. Da wünsche ich mir auch, da würde ich mir endlich meine anmeckern. Ehrlich. Kannst du mal deine YouTube-Kanäle aufräumen? Ich habe da letztens reingeschaut. Du findest ja einfach nichts wieder bei dir. Und dann immer, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dein Thumbnail-Game, bitte. Wenn du es selber nicht kannst, bezahl jemanden dafür. Ich bezahle jemanden dafür, du Penner. Aber der macht das halt sehr easy. Das Thumbnail-Game ist echt, ist völlig okay bei dir. Also, das ist auch schwierig, das von außen zu sagen, so, ich find deine Thumbnails scheiße, weil meistens hat sich eine Person damals ja schon was gedacht, wie das aufgebaut sein soll. Wiedererkennungswert, dies, das. Und es soll halt nicht so clicky, bunty, YouTube-Frontpage-mäßig aussehen. Und ist ja auch gut, ne? Wollen wir heute, wollen wir die letzten 55 Minuten nutzen und einfach uns nur noch kritisieren? Für Dinge, die wir an den anderen scheiße finden? Mir würde nichts einfallen, mir würde nichts einfallen. Okay, 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 pass auf. Überleg mal, du hättest mich jetzt 20 Minuten lang reden lassen, so was ich alles scheiße finde und dann würdest du sagen, du Alex, ich weiß nichts bei dir. Das, was ich nicht so gut finde. Ich hab so viele Sachen, die mich selber übelst ankotzen. Meine YouTube-Kanäle zum Beispiel, ich rente mich jetzt selber. Meine YouTube-Kanäle hasse ich wie die Pest, ne? Also ich hasse die wirklich wie die Pest, weil das so unbrauchbarer Wurst-Content ist, den sowieso kein Mensch gucken möchte. Das Ding ist halt, ich hab selber keine Zeit und keine Muße, mich hinzusetzen, um Videos zu cutten. Aber ich hab auch finanziell nicht genug Mittel, um mir jemanden zu besorgen, der genau das kann, was ich gerne hätte. Und das regt... Kannst du kurz einhaken und fragen, was du denn dir da vorstellst? Ja, ich möchte... Also, na, auf meinem Hauptkanal ist ja eigentlich nur das, was du in den WhatsApp eigentlich auch gucken könntest mit drei Klicks. Also da ist nichts gecuttet, gar nichts so. Da ist nichts aufbereitet. Das ist einfach... Du kannst es auf Twitch gucken, du kannst es bei YouTube gucken oder du kannst es auf einem anderen YouTube-Kanal kannst du es auch noch gucken. Und es ist halt wirklich so, was soll das eigentlich? Dafür brauchst du eigentlich nicht mal einen bezahlen, weil es reicht der Twitch-Bot, um ehrlich zu sein. Kurze Gegenfrage. Bei einem sehr großen Kanal, der sich so ähnlich anhört wie Rontana schmeckt, läuft das ja nach... Rontana schmeckt? Läuft das ja nach dem Prinzip so von wegen, ey, okay, jetzt nehme ich mal einen Real Talk auf zu einem bestimmten Thema. Nehmt das schon mal auf, meine beiden Cutter. Er hat ja drei Leute, ne? Hast du das bei dir auch, dass du weißt, dass du jetzt in der nächsten Zeit was dann hast, was man verwerten könnte? Oder ist das bei... Also bei mir ist es immer total spontan. Das ist mein Problem. Ich hab so... Ich hab letztens überlegt, weil in meiner Bubble tauchen in letzter Zeit so ganz viele Streaming-Pläne auf. Und dann kommt so montags kommt der Stream-Plan, wann was ist. Und dann denk ich mir immer so, mach ja, ich... Ganz ehrlich, wenn ich morgens aufstehe, dann mach ich doch nicht genau die Scheiße, wenn ich... Was mach ich denn? Wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann mach ich das doch nicht in meinem Stream. Ich hab früher... So, ich kann doch nicht am Montag schon wissen, worauf ich am Freitag Bock habe. Ja, danke. Vielen Dank. Zustimmung 100%. Ich hab früher auch eine Zeit lang Streaming-Pläne gemacht, weil Leute können sich daran orientieren und finden das dann ja gut, dass sie genau wissen, ah, ja, Mittwoch abends, 18 Uhr, Hardcast, feststehendes Format. Aber, ne, weißt du, ob du morgen oder am Freitag Bock hast, jetzt, keine Ahnung, Battlefield zu spielen? Ja. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, so, ne? Ich mein... Also, Stream-Plan wäre schön, aber... Nee! Ach, Quatsch, hau ab. Ich hab wollt... Ich glaub, ich mach nur noch so ein... Ich verarsch mich selber Stream-Plan. Also, so ein Ding würd ich, glaub ich, machen. Montags LOL, Dienstags... Battlefield Hardline, Mittwoch Need for Speed, Porsche. Donnerstag Selbstreflektionen in der schamanischen Gruppe. Freitag Yoga mit grünen Tee und Chimpanse. Ey, Yoga ist... Ist geil! Mega! Supergeil! Ja! Ich hatte einmal in einem Fitnessstudio gab's eine Yoga-Lehrerin, so eine ältere Dame eigentlich. Was heißt so älter? So viel älter als ich war die gar nicht, aber ich hab noch nie eine Yoga-Lehrerin oder überhaupt einen Yoga-Lehrer gehabt, der das so auf den Punkt gebracht hat. Du weißt, das war so unfassbar anstrengend und du hast unter dich immer so ein Handtuch gelegt und das war nachher klatschnass. Und die hat das so geil gemacht. Du bist nachher so tiefenentspannt nach Hause gefahren. Also, da hab ich mich jedes Mal drauf gefreut. So alle zwei Wochen. Supergeil. Ja. Ja, also YouTube-Kanäle sind eine absolute Volk-Katastrophe. Manga. Ich hab dafür auch immer noch keine Lösung gefunden. Manga, ich hab seit... Ich versuche seit drei Jahren Merch zu machen. Seit drei Jahren. Und ich bin mit allem immer nicht zufrieden und das regt mich übelst auf. Ey, da kann ich einen draufsetzen. Ich kann das mit dem Merch auch nicht gut und dann hab ich mit einer... mit jemandem zusammengearbeitet, der mir das... also, der mir was mal gedruckt hat eine Zeit lang und dann fand ich aber meine alten Vorlagen auch irgendwann so nicht gut, dass ich irgendwann die Links zu diesem Shop rausgenommen hab, obwohl der noch existiert. Und dann hat sich das immer so hin und her geplänkelt und dann kommt's ja immer mal... hast du eine Idee und dann schickst du diesen Personen das und... Aber es wird nicht umgesetzt. Oder du lässt dir mal... Ich hab mir mal eine Vorlage komplett zeichnen lassen und hab das auch gegeben und hab gesagt so, naja... Und dann kam das Feedback. Ja, das ist von der Formatierung her ein bisschen blöd im Hochformat. Das müssen wir zu groß machen. Das sollte so eine Limited sein. Das sollte irgendwie was Besonderes sein. Das sollte ein bisschen mehr kosten, weil wir haben halt zu hohe Druckkosten dabei. Da dachte ich mir auch so, ja gut, dann mach's doch kleiner. Aber es ist ein anderes Thema. Oder wir schneiden was ab. Und... Also irgendwie war das... Hat das mit der Zusammenarbeit dann jetzt... Ich will da gar nicht drauf rumreiten, weil die echt gute Sachen gemacht haben, aber andere Sachen haben halt gar nicht funktioniert. Und jetzt schicke ich im Oktober, Anfang Oktober zwei Vorlagen dahin und die waren im Prinzip fertig aus meiner Sicht. So, und die hätten nachgebaut werden müssen, einmal nachsetzen, aber im Prinzip waren die soweit fertig. Und dann hab ich die Person und hab jetzt seit anderthalb Monaten wieder nichts gehört. Und ich hab mir jetzt das Limit gesetzt. Ich hoffe, die Person hört gerade nicht zu. Wenn ich bis Anfang des Jahres nichts höre, dann muss ich mal jemand anderen suchen. So gern ich das mit denen machen möchte. Aber wenn's nicht geht, dann geht's halt nicht. Ja, manchmal steht man sich selber im Weg, du. Manchmal steht man sich selber im Weg. Ich stehe mir so oft selber im Weg, das ist einfach das Wahnsinn. Also zum Beispiel ein gutes Beispiel ist und dafür zieh ich mich selber durch den Kakao. Könnte schon in meinem, könnte in meinem Leben so viel weiter sein, wenn ich meine moralische Grenze für Sellout einfach nur einen ganz kleinen Müll höher machen könnte. Dann könnte ich all diese Probleme lösen. Und dann könnte ich mir einen zweiten Cutter besorgen, einen, der sich da die ganze Zeit mit auseinandersetzen kann. Und dann werden auch so ganz viele andere Probleme werden, also oft läuft's auf Geld hinaus. Also zum Beispiel bei Merch war es, bei Merch wäre die Anzahlung für den ersten Drop einfach so hoch gewesen, dass, puh, das hätte ich nicht hingekriegt, bin ich ganz ehrlich. Habe ich noch keinem erzählt, aber ich hätte 10.000 Euro berappen müssen, um meine erste Charge rauszudonnern mit Hoodies und T-Shirts. Und das hatte ich einfach gar nicht zu liegen. Und dann ist das eingefroren und dann gab es noch wieder mit dem Finanzamt dies und dann Papiere das und irgendwann ich wollte meinen Namen eintragen lassen, also, dass das mir gehört, sozusagen. Dafür habe ich ohne Scheiß, dafür habe ich anderthalbtausend Euro bezahlt, um festzustellen, dass ich keine meiner Namen eintragen lassen kann. Kein. Ich kann weder Magger eintragen lassen, noch Moinsenmagger kann ich eintragen lassen. Nichts von all diesem kann ich mir absichern lassen. Alter, das waren so harte Dämpfer, dass ich irgendwann gesagt habe, wisst ihr was, ey, fickt euch alle ins Knie, ich habe keinen Bock da drauf und ich habe wirklich monatelang hin und her telefoniert mit Rechtsanwalt und Prüfung und den Scheiß, Geld bezahlt und, nö. Kannst dir ein Geschmacksmuster eintragen lassen, also das Design kannst du dir dann halt speichern. Ja. Das ist zwar einfach zu umgehen, indem jemand ein bisschen die Farbe ändert oder die Form ein bisschen ändert, aber, ja, das ist aber unangenehm, ne? Das ist richtig, was meinst du, wie unangenehm das ist? Du legst den ersten Taui hin und du hörst so, nö, 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 nö. Und dann denkst du so, okay, wollen wir vielleicht das, das, das und das nochmal probieren? Legst du nochmal einen Taui hin, nö, 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 nö. Und dann sitzt du da und denkst so, wofür habe ich denn 2000 Euro bezahlt? Kannst du denn nicht irgendwie was machen oder gucken oder etwas anderes vorschlagen? Ja. Bitte. Ich habe, ich habe ganz am Anfang von YouTube habe ich quasi den Family Guy Affen, da hatte ich so eine kleine Figur, den habe ich selber fotografiert und habe das als mein Logo benutzt. Juckt am Anfang, weißt du, guckt ja mal die ganzen Avatare und Logos von Leuten halt an. Ich habe das nie gedruckt und nie weiterverkauft, aber für meinen YouTube Channel war das halt das Ding und das war mir klar, dass ich das natürlich nicht benutzen kann für ein richtiges Logo, ne? Ich komme ja aus dem Gewerbe, das ist mir schon klar, dass es keinen Copyright-Claim überstehen würde, so. Und dann ist dieser YouTube Channel dann irgendwann ein bisschen größer geworden, die ersten Erfolge waren da und sofort kamen halt diese unangebten Fragen, ja, willst du dir den Namen nicht schützen lassen? Also der YouTuber hat das nämlich machen lassen und das ist ja voll wichtig, weil damit dir keiner den Namen wegschnappt, der Name muss ja geschützt werden. So, dann habe ich auch mich da hingesetzt und habe mir überlegt, Jim Panze, hm, ja, sollte man sich sowas schützen lassen? Hm. Dann googelst du ein bisschen und findest du sofort so eine Hip-Hop-Band oder so ein Hip-Hop-Act, der ein bisschen älter ist, der also als früher benutzt hat, als ich das benutzt habe und die könnten mir den ja quasi strittig machen oder sagen so, ne, du darfst den nicht mehr benutzen und dann bin ich relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, an dem Namen Jim Panze hänge ich nicht so. Wenn es da mal Probleme geben sollte und mir da jemand an die Karre fährt, dann nenne ich mich einfach um, dann nenne ich mich halt einfach dieser Affe. So blöd das halt ist, ne, da erinnerst du den, 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 den Twitter und, ähm, äh, Twitch-Hannel und, ja, ne, da gibt es eine kurze Einwirkungsphase und dann passt das schon. Ist zwar ungeil, aber dann umgehst du halt diese ganzen namensrechtlichen Geschichten. Ich kann nicht mal meinen Namen sichern. Nicht mal die Scheiße kriege ich durchgedrückt. Und warum? Weil es Sachen gibt, die ähnlich, weil es Sachen gibt, die ähnlich klingen. Und das würde keinen Sinn ergeben, weil das kannst du instant anfechten. Ich kann nicht mal meinen verfickten Namen, ich kann meine Marke, die ich bin, kann ich nicht saven. Ich kann nichts von dem, was mich ausmacht, nichts, von dem kann ich saven. Und deswegen kann ich kein Merch, ich kann nicht mal Moinsenmager machen, Merch, weil dafür könnte ich richtig, also dafür kann ich richtig Ärger kriegen. Ich kann die Kacke nicht eintragen lassen. Weil, weil jemand anders schon diese Marke hält, ne? Ja, weil jemand anderes schon in die Richtung was hat. So, jetzt könnte ich mir sonst was Wunder für schöne Namen einfallen lassen. Und das ist jetzt mittlerweile das dritte Mal, also wirklich das dritte Mal, wo du dir, also ich, ich hänge da wirklich dran, um was zu machen, aber ich kriege die Scheiße einfach nicht eingetragen. So, ich kann ja nicht irgendeine Scheiße einfach rausballern, weil mir danach ist, weil, naja, wer schon mal mit dem Rechtsanwalt zu tun hatte, da glühen dir, flackern dir irgendwann, schlackern dir die Ohren. Ey, wirklich, alles Mögliche. Ich kann nichts eintragen lassen, dass das mir gehört, dass das cool ist. Nichts. Ich sag mal so, die erste Unterlassungserklärung, die man bekommt, dass sie schmerzhaft ist, ne? Ja, nein, du kannst ja jetzt nicht deinen Hab und Gut da reinstecken, deine ganzen Ideen und dann bringst du halt irgendwas mega geiles raus und dann wirst du halt in Poppes geficken und musst es halt wieder wegmachen. Das ist doch total bescheu. Was soll das denn? Also meine letzte Unterlassungserklärung habe ich tatsächlich zu meiner Ebay-Zeit, also als Seller, als Reseller, als Verkäufer bekommen und da war ich auch selber dran schuld. Jetzt sehe ich das. Damals war ich ein bisschen betriebsblind. Ich habe halt von einem Händler in UK habe ich halt solche Zahnbürstenköpfe gekauft und die trugen auch die Marke Braun und die sahen genau aus wie von der Marke Braun und ich dachte halt, hey, der kauft die direkt ab Werk und deshalb kann ich die bei ihm so günstig kaufen. Ah, ganz toll. Ich habe die dann zweieinhalb Monate lang bei Ebay vertickt, richtig gut, also auch zu einem wirklich guten Kurs und dann kriegte ich irgendwann mal so eine kleine Bibel quasi zugestellt von der Anwaltskanzlei aus Frankfurt, die das nicht so cool fand, weil ihr Mandant da vielleicht ein bisschen Probleme mit hat und gehst zum Anwalt und ich bin aus der Nummer super glimpflich rausgekommen aus meiner Sicht. Ich habe quasi meinen Anwalt bezahlt, der ganze Spaß hat so Pi mal Auge 500 Euro gekostet, ohne jetzt die ganze Geschichte zu erzählen. Die kannten diesen Händler schon und konnten nicht an den ran, weil er das aus dem Ausland macht und dadurch, dass ich quasi, also die Erklärung von der Anwaltskanzlei war dann, dadurch, dass ich sehr transparent war in allem, was ich gemacht habe und alles offengelegt habe, haben die quasi meine ganze Ware eingesackt und ich habe nicht mal irgendwie eine Strafe dafür bezahlt, also gegenüber Braun. Ich habe halt eine modifizierte Unterlassungserklärung unterschrieben, meinen Anwalt bezahlt und dann war die Sache erledigt und ja. Aber das war auch echt ärgerlich, weil das wäre lecker Geld nebenbei gewesen, wenn es legal gewesen wäre. Vor allen Dingen, ich komme aus der Werbetechnik, ich kenne mich mit Drucktechniken aus, jetzt vielleicht nicht mehr so ganz so gut wie früher, aber und dieses Ding sah so original aus, das Produkt war wirklich eine super, super Fälschung und ich habe es nicht gesehen, dass die Verpackung sah gut aus, selbst diese Blisterverpackung, also Rückseite, Karton, Vorderseite, dieses tiefgezogene Plastik, da hat sich nur die Art und Weise, wie das aufgebracht wurde, unterschieden. Ansonsten war das exakt gleich, also der Kleber mit dem, das Plastik mit der Pappe, das hast du einfach nicht gesehen. Da waren so feine Unterschiede und das kam halt alles in diesem Anwarnach sozusagen. Da habe ich aber erst mal da habe ich aber erst mal also, ne? Rufst du mal beim Anwalt in Münster an? Ja, hallo, kennen Sie sich? Ich habe da ein Problem, können Sie mir da und da behalten? Ja, ich habe da ein Problem. Das sind immer die schönsten Anrufe. Ja, vor allen Dingen, du hast ja dann auch Fristen einzuhalten, die setzen dir ja relativ kurze Fristen und die sollte man natürlich auch einhalten, also das lässt man nicht erst noch eine Woche liegen, so, sondern auf einmal ist wieder eine komplette Priorität, fokussiert sich auf diesen einen Punkt für den Moment, ne? Ja. Ja. Naja. Siehst du, und ich war, dieses Mal wollte ich schlau sein und das alles vorher machen, aber mich hat auf der Reise die letzten drei Jahre, mich so oft habe ich in den Arsch gekriegt, ich habe echt so, mh, man. Vor allen Dingen kannst du deine eigenen, du kannst deine eigene Kreation, also du musst dich mal überlegen, Dizzy ist eine eigene Kreation, das hat nichts mit Würfel zu tun oder mit Paul van Dijk oder sonstiges, das ist eine eigene Kreation, die Scheiße kannst du dir nicht schützen lassen. Das ist ein ausgedachter Name. Und das klingt ähnlich wie welche Marke? Ja, es gibt irgendwo in Good Old Germany gibt es einen Laden, der Brillen verkauft und so ähnlich heißt und der hat sich einfach in allen möglichen Kleidungsmitteln, Rubriken hat er sich das sichern lassen. In allen Rubriken, die ich brauche. Okay, aber ich überlege gerade schon einen Brillenhersteller. Das ist irgendwie, glaube ich, ein Optiker oder irgendein Scheiß. Okay, aber jetzt nicht bundesweit bekannt, nur der hat sich das halt eintragen lassen. der hat sich das eintragen lassen und da kommst du halt auch nicht dran vorbei, wo es zu ähnlich ist. Oh ja, als ich, ohne Scheiß, selbst Bagger, was einfach, es ist, also auch völlig frei erfunden, kannst du vergessen, hast du nicht eingetragen. Weil irgendjemand, ich hasse Menschen, die sich diesen Dreck einfach eintragen lassen und das dann Jahre halten. Einfach nur, bis es irgendeiner kauft. Mhm. Boah, ich kotze, ey. Das hat mich so viel Geld gekostet, ich reg mich heute noch darüber auf. Ja, merkt man gar nicht, du, also wirklich. Diese dreckige Scheiße, sag ich dir, ey. Mann, du. Und dann willst du dir auch nicht random irgendwie so ein Bullshit einfallen lassen, also weiß ich, keine Ahnung. Der Einzige, der sich da im Prinzip irgendwie die letzten Jahre immer wieder, der mir sofort einfällt, der sich immer wieder neu erfunden hat mit dem, was er von sich gegeben hat, was dann so eine Art Meme oder Kult wurde, ist halt Monte, ne? Keine Ahnung, der hat alle paar Monate, alle paar Jahre, kommt der mit irgendwas Neuem um die Ecke, was man so, was er dann irgendwie aus der Jugendsprache adaptiert hat und was dann so zu seinem Ausspruch wurde. Das ist schon ein paar Mal gewesen. Ich wüsste jetzt nicht mal, was es jetzt gerade das ist, aber... MashaAllah wahrscheinlich. Naja, das kommt nicht von ihm, aber sowas, ja. Naja. Ich lasse jetzt einfach Chimpanse eintragen und dann mache ich damit dann mache ich eine Abkürzung, die ausgesprochen oder ausgeschrieben so ähnlich wie Prince damals war. Tough Cup, also irgendwie sowas wie The Artist Formally Known As The Podcast Partner of Dizzy. Oh, Mann ey. Was ne Scheiße. Das musst du mir überlegen. Wenn ich das noch richtig zusammenkriege, hat Prince damals seinen Namen geändert, weil er sich mit seiner Plattenfirma gestritten hat und die wollten ihn nicht aus irgendeinem Deal rauslassen und er war der Meinung, er verdient zu wenig Kohle und die stecken sich zu viel Geld ein und er dürfte den Namen Prince nicht weiter benutzen und dann hat er sich nicht, hat er sich umbenannt in Tough Cup, also The Artist Formally Known As Prince und natürlich haben alle darüber berichtet, natürlich haben alle das gesehen, natürlich haben alle seine neue Platte gekauft und für ihn ist das super gut ausgelaufen und diese Plattenindustrie stand dann halt als super gierige, große Industrie und Firma dann halt irgendwie da, die sie ja auch sind, aber für ihn ist das halt gut ausgegangen. Naja. Ich behaupte einfach mal, ab einer bestimmten Größenordnung, in der du dich auch schon befindest, es ist völlig egal, ob du deinen Namen änderst oder nicht. Nee. Also es gibt ja, du hast immer einen gewissen Schwund und man verbindet dich auf jeden Fall damit, aber sowas wie die Follows zum Beispiel, die verschwinden ja nicht und solange du deinen Namen auf Twitch ändern kannst zu etwas Neuem, da gibt es genügend Beispiele von Kanälen, die so in unserer Größen oder in deiner Größenordnung sind, die das gemacht haben, völlig einen anderen Namen gewählt haben, von heute auf morgen, kleines Denken auf Twitter raushauen, das war's. Und dann musst du ja alles ändern. Ja. Ja, nee, lass mal gut sein. Nur damit ich Merch rausbringen kann, da fick dich ins Knie, jungen. Da lass ich mir irgendwas anderes für den Merch einfallen. Ich meine nur für den Fall, dass das mal ansteht. Mal angenommen, es wird sich jetzt ein Optiker bei dir melden und wird sagen so, äh, kann es sein, dass sie unter meiner Marke hier streamen, diese Killerspiele und diese Autorennen? Ach so, das wäre ja noch die Krönung, ey. Will ich mal. Das wäre ja noch die Krönung und das mal kommen würde. Sie nennen mich einfach Krokettenkalle. Ja, das stimmt, guter Name, den gibt's bestimmt noch nicht. Nee, den gibt's halt wirklich nicht mehr. Ja, stimmt, der ist umbenannt, ne? Kalle Kuschinski. Ja, Kalle Kuschinski, ja. Also, er hat sich quasi zurück umbenannt zu seinem richtigen Namen, zu seinem realen Namen. Boah, krass. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich lasse mir meinen Alias eintragen, einfach. Das habe ich noch nie probiert. Okay. Oh. Das habe ich noch nie probiert. In meinem Chat steht, ich kenne eine Methode, die hat mir mal jemand erklärt, wie du umsonst etwas patentieren und copywriting kannst. Björn, kannst du mir gerne per PN schreiben oder in meinem Discord posten oder bei Dizzy im Discord posten, können wir uns später anschauen. Das wollte ich vorher noch anmerken, ein Kollege von mir hat sich halt auch recht viel mit dieser Thematik patentieren, Anwalt, dies, das und so weiter auseinandergesetzt. Und er meinte dann auch irgendwann mal zu mir, okay, Alex, pass auf, für diese Anfragen können wir das tun. Das kannst du selber machen, wenn du ein bisschen Zeit hast und dann zahlst du im ungünstigsten Fall vielleicht noch mal ein paar Gebühren bei irgendwelchen Ämtern, aber du bezahlst halt nicht mehr diese hier 500 Euro für einen Anwalt oder sowas, weil das ist halt sein Satz. Das ist wie eine Preistafel. Ja, klar. Du gehst zu einem Anwalt und sagst, ich hätte gerne einmal die Nummer drei. Achso, okay, sie wollen also etwas eintragen lassen und prüfen lassen. Sie wissen ja, sie zahlen jetzt hier den Schein und wir gucken das für sie nach und keine Garantie, ob es was ist oder nicht ist. Ja, genau. Ja, aber du willst das ja vernünftig prüfen lassen von jemandem, der Ahnung hat. Sonst, das könnte, sonst setze ich da halt auch in die Nesseln rein. Ja, nur überleg mal, du kannst, wenn du die Wege kennst, wie es funktioniert, kannst du ja erstmal selber deine Recherchen machen und wenn du dann schon auf Probleme stößt, weißt du, kannst du fallen lassen. Du stößt auf keine Probleme, kannst du es immer noch zum Anwalt geben und der macht das dann ordentlich. Naja. Schreib doch auf deine Klamotten, ich darf hier nicht mit Dizzy werben. Ich darf hier nicht mit Dizzy werben, ja. Oh Mann, ey. Das ist so, das ist so dumm, ne, wenn du dich an Regeln halten willst, ist das manchmal wirklich echt scheiße. Das ist so ein Dämpfer. Du hast halt so die, die geilste Idee auf dem Planeten, boah, du sagst jeden Morgen Moin, du dies, das, Ananas, machst es ständig, finden die Leute mega geil, kaufen sie dir weg. Können wir das eintragen lassen und dir sichern? Nöööö Ja, dann fick dich doch Also du willst es ja nur sichern und eintragen lassen damit dir keiner in die Karre pissen kann, wenn du Merch produzierst, in dem Fall Ja, ich kann das ja theoretisch, kannst du es ja nicht verkaufen weil du kannst ja immer eine Abmahnung kriegen dafür So, und wenn du dir jetzt was aufbaust so halt vernünftig aka so get on my level Ding dann kann ich halt jederzeit bis zu angreifbar wenn du das nicht eintragen lässt deswegen muss ich das ja eintragen lassen So, und ich kann ja jetzt mir nicht irgendwie also ich könnte schon über irgendeinen Drittanbieter das wahrscheinlich machen und da wird es keinen jucken aber das kann halt, wenn es, sagen wir mal das explodiert nochmal, weil ich bin immer noch der Meinung auch nach neun Jahren kriegt man nochmal einen Boom und einen Hype und nächstes Jahr haben wir 10.000 Zuschauer äh, dann bist du halt hast du Angriffsfläche und ich möchte aber wenn ich sage, mache, keine Angriffsfläche anbieten weil ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Monte zum Beispiel, da steckt natürlich ein Manager dahinter der alles sicher gemacht hat und da ist alles wasserdicht so höchstwahrscheinlich ja ne, nicht höchstwahrscheinlich das ist auch wasserdicht ja, nur bei, also den Ausspruch oder die nicht die Marke, aber dieses get on my level gab es früher soweit ich weiß auch schon ja, wahrscheinlich hat sich das keiner gesichert weiß ich nicht keine Ahnung wahrscheinlich nicht und das hat natürlich auch keiner auf diesem Niveau gemacht und auch nicht in dieser Qualität und so weiter also ich will gar nicht irgendwie andeuten Monte hätte das nicht verdient oder er macht da sein eigenes Ding oder hat irgendjemandem was geklaut so ne was man von ihm so hört ich hab selber leider nichts von ihm aber so diese Merch-Sachen die Qualität und auch die die Auswahl und die ähm Variationen die er rausbringt mit so komplett Flektan und dies das das ist ja schon sehr einzigartig also seine Merch-Sachen äh haben haben natürlich so seinen Status ne ganz klar oder haben seinen Level ja in Anführungszeichen das finde ich schon ganz krass also besser als ich registriere mich jetzt bei Get-Shirts und produziere da mein Merch weißt du so weißt du selber was du kriegst oder wie 3D-Supply früher ne no hate aber das ist halt nicht das gleiche ich hatte noch einfach kein ich hatte noch keinen glorreichen Schiss mit einer guten Idee für einen Namen leider ich hatte hatte einfach noch keinen es ärgert mich ah aber jetzt mal ganz doof gefragt was denkst du denn wie machen das denn die QWERTYs äh unter uns also QWERTY beispielsweise ähm kauft ja offensichtlich auch viel aus der Community ein da macht jemand ein Design zu keine Ahnung es kommt eine neue Serie raus und da tritt ein Charakter auf und dann zeichnet jemand den Charakter nach schreibt was witziges dazu was aus der Serie genannt wird die drucken das quasi auf T-Shirts und verkaufen das halt massenhaft und weil das halt eben kein ähm nicht vom Copyright gedeckt ist das ist weil es ist ja also nicht Fanart aber es ist ja selbst kreiert sag ich jetzt mal im weitesten Sinne ne und nicht einfach nur aus dem Film kopiert also rausgeschnitten ähm können die Studios da nicht gegen vorgehen aber eigentlich könnten sie es doch schon weiß ich nicht Marga das ist äh dafür bin ich kein Rechtsanwalt mhm das sind so Themen da also da musst du dich halt wirklich mit auseinandersetzen Monta hat vier europäische Marken registriert für Get On My Level ja sehr geil das ist ziemlich wasserdicht ja das ist äh ziemlich wasserdicht ja du hast vorhin gesagt für deine erste Charge hättest du mal eben 10k äh parken müssen ne ja das bedeutet also du hättest in dem Fall äh die Sache vorfinanziert hättest die Ware eingekauft bedrucken lassen dies das und hättest sie dann in deinem Shop eingestellt jo der Weg des nennen wir es jetzt mal Dropshippings wäre ja eher du hast einen Partner wie es gibt ganz viele Druckereien die das machen ähm ob das jetzt Sketchers ist oder ähnliches bei denen man einfach nur seine Vorlagen hochlädt das wäre für dich ne nicht ausreichend gewesen ne ich möchte ich möchte also erstens möchte ich bestimmen wie schwer die T-Shirts sind das ist schon mal das ist schon mal Nummer 1 weil die Dramatur ja ja genau und äh mir ist Qualität super super wichtig mir ist die das Ding ist halt mir ist das super wichtig was der Zuschauer am Ende für ne Experience hat also das ist mir so wichtig weil da kauft sich halt jemand weiß wegen dein wegen deiner Visage und der soll dabei ne Experience haben und auch sagen okay ich hab mir was gekauft das find ich sehr sehr gut und ich hab mir das nicht also ich hab hab's mir gekauft und ich bereu das nicht und ansonsten so diese ganze Get-Shirt-Sache oder 3D-Supply oder whatever wie das da heißt so da hat der Zuschauer nicht diese Experience und ich hab diesen ähnlich ja ich hab halt diesen diesen Anspruch daran so aber mir fällt einfach mittlerweile fällt's mir mir fällt das so schwer mich darum zu kümmern weil diese ganze Pisse mir so auf den Sack geht mit den ganzen anmelden und sichern und das geht nicht dies geht nicht und das ist alles dein eigener in deinem eigenen Kopf ist das entstanden also du hast es nicht geklaut irgendwo und ne geht nicht geht auch nicht geht nicht geht auch nicht geht nicht geht auch nicht was du bist wieder im Matrix-Modus ach so ich hab's versucht wegzuklicken ging aber nicht vielleicht ist es heute mein Ende gleich wieder da das ist sehr frustrierend by the way jetzt wisst ihr übrigens Chat auch in der Beichtstunde warum immer noch nichts da ist nicht weil ich das nicht will sondern weil ich es eigentlich geht nicht also bei mir war das mit der Merch-Geschichte größtenteils weil ich es einfach nicht geschissen bekommen habe da mach ich gar keinen Hehl drum draus das ist lange Zeit einfach bei mir liegen geblieben der zweite Grund war weil ich auch immer so ein bisschen was etwas ein bisschen was außergewöhnliches haben wollte also ich find das wirklich sehr sehr cool wenn man Klamotten in seinem eigenen Shop hat die man auch woanders noch nie gesehen hat ein bisschen außergewöhnlich aber halt nicht einfach nur irgendwie flippig sondern einfach nur außergewöhnlich ich find auch hier kennst du auf Twitter hier Freiraum Reh die das Ganze mit dem Fair-Gedanken so weiter durchzieht und ihr eigenes Zeug da rausbringt find ich auch super spannend ist nicht ist nicht mal eine Bubble kann ich kann nichts darüber sagen ich hab ab und zu mal bei ihr reingeschaut die macht auch sehr sehr interessante Talks ich hab letzte Woche zwei Stunden mit ihr telefoniert ja ja sie hat früher ab und zu mal bei mir reingeschaut als ich vormittags auch so ein bisschen so meinen Tech-Scheiß-Gelaber gemacht habe also mein über Tech-Technologie-Quatsch Scheiß Fake ich hab Ahnung davon gelaber das meine ich damit ja du hast auch so einen richtig tollen Podcast wo sich zwei Deppen über irgendwas unterhalten was nicht mit der Hardware zu tun hat toll Alex toll toll ganz toll ja ganz toll das muss ich dir eben kurz erzählen erzähl ich habe einen meiner all time long und auch favorite Partner gekündigt ähm die Hausmarke dieser Maus ähm und das hat sich echt angefühlt wie Schluss machen also es war das kommt super selten vor dass ich dass ich mal von meiner Seite aus einem Partner sage nee ich mag jetzt nicht mehr und das hat auch keinen Hintergrund des ich bin unzufriedens oder sowas sondern einfach nur ich denke gerade mehr daran mit verschiedenen Firmen was zu machen und ich hatte auch die Möglichkeiten dazu über das Netzwerk ähm und das hat jetzt ein paar Mal nicht geklappt wegen Rocket hat auch Headsets Rocket hat Mäuse Rocket hat Tastaturen und ich hätte ganz gerne immer mal noch so die Möglichkeit links und rechts was zu machen ohne mich dazu binden und das hat sich so blöd angefühlt wirklich also so nicht Instant Regret sondern eher so ja wie Schluss machen ganz komisch das habe ich vorher nur einmal gehabt bei einer anderen Firma bei einer einzigen anderen jetzt stell dir mal jetzt stell dir mal vor nach 5 Jahren Alternate wird es Alternate nicht mehr geben bei meinem Channel stell dir das mal vor nach 5 Jahren oder 6 glaube ich ich glaube ich wäre also ich würde komplett sterben glaube ich weil ich da einfach so ja Corsa ist ja bei mir auch schon 3 4 ich glaube wir gehen jetzt ins 4. Jahr rein bei den großen Firmen steckst du aber auch nicht drin die ändern dann so ein bisschen ihre Strategie oder die verschieben ein bisschen Budgets und dann fällt man mal hinten runter und dann kommt jemand zu dir und sagt so ey du wir finden dich nach wie vor total toll aber wir möchten jetzt ein bisschen was anderes ausprobieren genau so hat das zum Beispiel ja Nvidia mit ihrem Streaming-Kanal gemacht ich habe ja jahrelang auf dem Nvidia-Channel gestreamt und du kannst dir nicht vorstellen wie lange Leute immer wieder gefragt haben ey was ist denn da los gewesen warum machen die denn nicht mehr ich meine ich habe keine Ahnung warum Nvidia das nicht mehr weitermacht aber ich denke mal dass sie ihre Budgets verschoben haben und haben damit dann andere Sachen bezahlt ja ja das ist also ganz ehrlich wenn mir das wenn ich wenn mir das wegbrechen würde puh dann wäre ich aber richtig am Arsch dann wäre ich am Arsch das wäre wirklich jetzt kommt erstmal der Januar mit den 25% weniger nee 20% weniger Einnahmen durch die Auszahlung der Subs so sieht es aus ich bin so froh dass ich seitdem so 2-300 Subs mehr habe und ich weiß jetzt schon die neue Kanalstrategie wird sein Sellout 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 aber witzig witzig nicht so dieses Appeldroschen oder so ey Leute letzten Monat konntet ihr noch meinen Weihnachtsbaum steuern heute so ein Ding wird das Alter weil der weißt du ich habe mich jahrelang habe ich mich so limitiert ne und also diese ganzen witzigen Dinge sei es ob man Alter ob du irgendwie einen Full Sound abspielen kannst wenn du Subs oder was weiß der Geier so ey sollen die Leute damit ihren Spaß haben dafür ich meine Menschen wollen ja gebeten werden dazu irgendwie also beten ist ja mehr oder weniger beten also bitten nee bitten lass laufen Junge ja sorry ein kurzes antworten das ist gut es geht los ab Januar ab Januar ist die Hölle los neue neue Goals alles da kicken bei allen Leuten kickt da erstmal alles rein jetzt habe ich gerade Internet einen Schluck auf gerade kurz gehabt aber keine Sorge Leute ihr könnt euch ja das VOD anschauen bei uns bei uns also kommt das bei YouTube jetzt ich habe ich habe jede einzelne Folge schon auf den Secondary YouTube Channel hochgeladen ich muss es wie gesagt nur einmal durchgucken ich muss es nur einmal kategorisieren und ich muss es nur einmal in eine gescheite Playlist ballern und dann kann das Ding quasi alle paar Tage die die Folgen veröffentlicht werden ja nice großartig ich mache meine YouTube Kanäle auch bald zu und dann einmal einmal richtig glaube ich ich habe schon so viel ausprobiert aber it's it's time the time has come the time has come das ist halt so nichts halbes und nichts ganzes das feiere ich nicht fühle ich einfach gar nicht mehr und dann muss man das halt mal weg ist glaube ich der zehnte reboot oder so aber ist mir scheißegal bis ich damit zufrieden bin oh Gott Entschuldigung 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 4G Geräusch scheint gerade raus ups ich dachte so ich kann den so ganz dezent so weg pusten aber nope der kam der hat einfach so gezimmert ja aber sei froh dass er nicht den Umweg unten rum genommen hat das hat unser mein alter Chemielehrer hat diesen Gag immer wieder gebracht wenn einer mal irgendwie aufgeschossen hat dann so und alle so den haben wir ja noch nie gehört wow cool Alex weißt du was heute für eine Folge ist ich glaube wir haben uns heute nach einer Stunde 40 einfach nichts mehr zu erzählen wir können auch gerne jetzt hier nächste Woche weitermachen ich hab da gar kein Problem mit ich fühlte mich gerade gut unterhalten ich fühlte mich auch gut unterhalten aber ich habe so die letzten fünf Minuten gespürt irgendwie dass wir so ein bisschen uns durchhangeln heute sollen wir demnächst mal so ein geheimes zeichen uns per pn schicken so dass wir so eine keine ahnung wir schreiben uns dann einfach erdbeertörtchen okay und wenn du das von mir bekommst dann weißt du so ah okay er will dezent zum ende kommen aber wir wollen das nicht so ansprechen weil das nicht so aussehen soll dass wir uns nichts mehr zu sagen hätten und außerdem fluktuiert mein internet gerade auch komisch mit ein paar drop frames von daher würde ich würde ich jetzt auch sagen ja passt sagst du ja gut so ne ich glaube ähm Alex wir müssen uns die nächsten tage wirklich mal off 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 dieses off hier also fernab von hk's kurz mal zusammensetzen weil wir haben dieses reaction ding haben wir immer noch nicht fertig gemacht und das regt mich auf ich möchte weißt du ich setze mich jeden Mittwoch wenn ich mich hinsetze denke ich mir aber boah wie geil wäre das eigentlich mit Alex endlich mal Linus Tech Tips zu gucken und einfach mal darüber zu schwafeln und Blödsinn zu machen und dann sitzen wir hier und erzählst du mir von deinem Telefon und wie toll deine Earpods sind und dann denke ich mir so ich möchte das Video jetzt mit dem gucken ich hab so viele schöne Videos gefunden die ich mit dir gerne gucken wollen würde aber ich kann sie mit dir nicht gucken äh ich schreib dir gleich ich hab da ich hab da ein paar äh Slots ich weiß nicht wie wie du also ich schreib dir gleich wie wir uns äh wann wir ja ja das wär schön machen wir das wär wirklich das wär toll Alex ich möchte mit dir endlich ich möchte das mit dir machen jetzt ich will mit dir du willst über den nächsten Schritt gehen ja ja ich will den nächsten Schritt gehen mit dir ich möchte ich möchte dass wir uns hier auch wenn wir wenn wir beide und das müssen wir ganz ehrlich zugeben wirklich fast keine Zeit hier reinstecken ne eigentlich stecken wir hier gar keine Zeit rein weil es gibt nicht mal mehr einen Twitter Teaser weil wir den beide sowieso nie posten ich wir posten den beide morgens an dem Tag an dem wir live gehen richtig schreiben wir so ach ja und dann um 18 Uhr sprechen wir wieder mit dem Typen da ne genau sagen dass am selben Tag morgens um sieben ich das in Photoshop gemacht hab so muss man ehrlich gestehen also vielleicht stecken wir doch mal zwei Sekunden hier rein damit wir zumindest eine dieser vorgenommenen Sachen für Season 2 auch umsetzen bevor wir in Season 3 reingehen zur Frage hast du diese Overlay Sachen als Photoshop oder Affinity Datei oder so das können wir dann können wir das ja rüberschubsen okay dann mach ich jetzt den Antwort vom Ende wir haben schon eins mit nem Desktop ja ich ja ja haben wir ach du möchtest das Schöne haben soll ich dir die PSDs mal rüberschicken ich verstehe das gerade ja Alex vielleicht können wir uns ja auch mal neue Overlays machen okay ich hab schon verstanden ich hab schon verstanden Alex ich schicke dir sehr gerne die PSDs ja meine Damen und Herren so ist das in einer Podcast Beziehung ne da spricht man manchmal die gleiche Sprache und manchmal auch nicht ganz die gleiche Sprache was hab ich jetzt was falsch verstanden? nein überhaupt nicht alles gut das war jetzt ne lustige Einleitung zum Ende hin so ne okay 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 unser Format gibt es einmal die Woche live auf unserer beider Twitch-Kanäle und auch nicht live auf manchen anderen Kanälen wie zum Beispiel den typischen Podcast-Channel wie Apple Podcasts und Spotify und sowas die Links dazu findet ihr bestimmt bei Dizzy's YouTube-Kanal unten in der Videobeschreibung ja und das ist das was ich bei mir nochmal kategorisieren will und ich hab mir gedacht ich mach so ein Linktree mit diesen ganzen Dingern von mir dann ne so wo dann alles auf einen Blick so du kannst es da 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 und da halt irgendwie hören das möchte ich nochmal zum Besten geben aber wir machen jetzt hier für heute den Sack zu und Schluss quasi und treffen uns dann zu unserem nächsten Podcast-Tinder-Date nächste Woche Mittwoch wieder das ist richtig aber bevor ich jetzt ausmache weil mir das eben gerade schon wieder vorgeworfen wurde wurde und ich ja so ein richtiger Typ der Neuzeit bin werde ich jetzt hier in einem Drive einen Ordner machen und zwar heißt der für Hardcast und dann werde ich jetzt die Sachen da drinnen hochladen damit Alex immer da drauf Zugriff hat so ich lade dir das jetzt hoch geil danke fühle ich absolut weil weißt du Alex das bist du mir auch einfach wert das ist mir hier auch einfach wichtig vielen Dank fuck und ich weiß nicht wo es liegt scheiße ich kann dir gerne eine Benachrichtigung schreiben nein ich schreibe dir gleich mal wie also wie so die besten Slots wären und entweder machen wir es dann mal abends oder an einem Bürotag oder vor einem Stream bla das kriegen wir schon hin fuck oh scheiße ich hab das so ach easy easy snack Alex hab ich alles schon hab ich im Internet hier sehr gut möchtest du noch Schuss sagen ich hab das schon im Drive seit Ewigkeiten Alex tschüss meine Damen und Herren schön dass ihr schön dass ihr eingeschaltet habt das Ende war jetzt wirklich sehr wild und auch sehr witzig danke Alex für die schöne Woche auch wenn wir jetzt ja wie soll ich sagen ein bisschen heute abgeschweift sind aber das war auch sehr schön ich sag's ja immer wieder der Hardcast ist glaube ich gar nicht mehr nur so Hardware und so Hardware und alles so was damit drum rum ist sondern es ist eigentlich eine Therapiestunde zwischen zwei erwachsenen Männern ja ist es Self-Therapy quasi ja ist es und schön dass ihr da draußen zuhört habt ich wünsche euch allen einen wunderschönen Mittwoch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag wann auch immer ihr das hört tschüss wiedersehen gute Nacht reingehauen Au revoir ma chérie auf hau hau ja hau hau Untertitelung des ZDF, 2020